Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Podcast. Ich bin Fritz von Berlin-Babel, Podcast-Gast, erster Podcast-Gast im neuen Jahr, ist Supplement-Experte, Bodybuilding-Trainer, Bühnen-Coach Max Matzen. Ich habe mir für Anfang des Jahres vorgenommen, wir werden viel über das Thema Fitness reden, Bodybuilding, verschiedene Trends, die hochkommen. Ein großer, konstanter Trend ist in Deutschland immer noch Wettkampf-Bodybuilding und ich möchte mit diesem Podcast so ein bisschen weiterkommen als nur Training, Therapie, Personal Training, da wo ich zu Hause bin, sondern auch mal ein paar Sachen erkunden, die ich bis auf Memes soweit nicht so gut kenne. Ich freue mich, dass du da bist. Max hat unter anderem den größten deutschen Bodybuilding-Podcast mit der schlechtesten Audio-Qualität. Aktuell nicht mehr, aber auf jeden Fall die letzten zwei Jahre war unsere Qualität nicht on par. Es sei denn, das Mischbrot funktioniert nicht. Scheiße. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Liebe Grüße nochmal an Fabi, der den SMS-Guru gespielt hat, gesagt hat, Max, geh mal zum Podcast. Und bevor wir rein starten, dieser Podcast ist natürlich gesponsert von Vivo Barefoot. Wenn ihr Krafttraining macht, wenn ihr gerne schmerzfrei durch die Gegend laufen wollt, dann macht es durchaus Sinn, dass eure Füße vernünftig funktionieren. Das funktionieren sie, indem sie ihre Arbeit machen können. Also genauso wie alle anderen Muskeln im Körper und Hände und Schultern, Nacken, Ellbogen sind eure Füße eigentlich nur ein Konstrukt aus Knochen, die bewegt werden von Muskeln und mit Sehnen an die Knochen rangehen. Und wenn der Fuß genug Platz hat, seine Arbeit zu machen, ist er nachhaltig gesünder. Vivo hat es auch geschafft, dass diese Barfußschuhe nicht für ewig so kryptisch öko aussehen und irgendwie immer so Gesundheitsschuhe, sondern man kann die wirklich tragen im Training und auch in der Freizeit. Also gerade jetzt im Thema Bodybuilding, checkt vielleicht mal den einen oder anderen Barfußschuh da aus fürs Beintraining und generell für alles andere Training macht es auch Sinn. Ich kann es generell nicht sehen, wenn Bodybuilder so mit diesen Sneakern so trendmäßig im Gym rumhängen, weil die für mich ist so… Nicht funktional. Ja, es hat ja für die Funktion maximal, also selbst Bodybuilder machen ja am Ende Maximalkrafttraining von 6 bis 15 Wiederholungen, ja dann zieh doch einen Schuh an, der funktioniert. Ja. Und die meisten haben schon also mit diesem Bereich auch immer so ein bisschen Probleme, Füße, Knie, Hüfte, da gibt es glaube ich, da ist so ein Barfußschuh schon eine ganz gute… Ich habe es zum Beispiel beim Kreuzhimmel oder so, ich bin immer Barfuß. Genau. Also ich ziehe meine, es ist egal, was für Sneaker ich anhabe, auch wenn die eine feste Sohle haben, ich ziehe Schuhe aus. Und das darf man ja in den fast allen Gyms versicherungstechnisch einfach nicht. Ja. Und dann kann man sich gleich einen Barfußschuh anziehen, dann kann man ihn bei allen tragen. Und ich habe es früher immer gemacht, ich war immer Barfuß, war ich in meiner Beinpresse. Und da hatte die alte Gym 80 Beinpresse, hatte noch diese krassen… Ah, diese Rillen, ne? Dieses krasse Profil und es tat so weh an den Füßen. Scheiße. Diese 45 Grad McFit Beinpresse. Ja, aus McFit fliegst du damit aber sowieso raus. Ich bin, ich habe Hausverbot im Fit One gehabt, weil ich in Flipflops trainiert habe. Aber es sind schon Schuhe. Es sind schon Schuhe, aber du kannst auch die Zehen auseinander machen. Also quasi Barfußschuhe mit… Wie auch immer das Ding heißt. Hast du einen Hausverbot bekommen im Fit One? Ja, weil ich in den Flipflops trainiert habe und das wollten sie nicht. Aber du hast dann einfach wieder in den Flipflops trainiert? Ja, das ist das Problem gewesen. Ich bin nicht so gern gesehen im Fit One, weil ich beim Gewichtsheben einfach die Gewichte abfallen lassen. Aber das fuckt mich auch ab. Die haben Abwurfplattformen und selbst wenn du beim Deadliften da ein bisschen Krach machst, meckert einer rum. Ich denke so, ihr wisst gar nicht, wofür euer Equipment eigentlich da ist. Genau dafür. Ihr habt Bumperplates und irgendwie Abwurfplattformen, warum zur Hölle nutzt ihr die nicht? Ja, in Berlin Wedding haben sie ja die Abwurfplattform einfach in die dritte Etage gepackt. Ist natürlich statisch gesehen, Vibration, es geht natürlich nach unten durch. Ich habe bei mir im Gym, habe ich auch unser Powerlifting-Bereich und Gewichtheber-Bereich, der ist im zweiten Stock. Und das ist so, das Gebäude steht seit 1930. Wenn da oben einer deadliftet, dann, also unten spürst du es auf jeden Fall. Wir haben ein ganz mieses Problem. Wir haben oben Wand an Wand eine Zahnmedizin. Und die fräsen so Zahnprothesen. Und wenn da oben einer deadliftet, dann schlägt bei denen die Fräse aus. Und wir hatten die schon ein paar Mal da, weil wir dann ein Implantat oder so versaut haben. Weil einer oben am Kreuzheben war. Da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das ist das größte Problem, das die Fitnessindustrie, ich sage mal, im Leistungsbereich generell überall hat. Dass du, ich sage mal, es gibt ja immer so dieses amerikanische Vorbild. Diese Riesengyms, die irgendwo dort in der Pampa stehen, wo du machen kannst, was du willst. Wo dich keiner stört. Das geht natürlich in unserer verdichteten Region hier in Westeuropa. wo wir, also wir sind ja, das sieht man immer nicht so, aber wir sind ja viel krasser verdichtet in den Ballungszentren, als die dort drüben sind. Deshalb, eigentlich kannst du so ein Bodybuilding-Gym, wo du wirklich Lärm machen kannst, wo wirklich der Spirit von Bodybuilding und von Kraftdrehen durchkommen kann. Du musst eigentlich eine freistehende Halle haben mit entkoppeltem Fundament zu Nachbarn, mit schwerlasttauglichem Boden, also fünf Tonnen pro Quadratmeter. Und das sind alles so Parameter, die kannst du in den meisten Fällen gar nicht bezahlen, weil du gar keine Immobilie bekommst. Riesen, Riesenherausforderung. Weshalb zum Beispiel die ganzen Crossfitter, die ganzen Crossfit-Gyms, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den verdichteten Räumen, also so in den Metropolen und Großstädten, werden die alle ihre Mietverträge irgendwann nicht verlängert bekommen. Weil die Vermieter sich sagen, Digga, ich hätte lieber ein Büro. Ja. Weil sich dann kein Nachbar beschwert. Aber es ist ja faktisch ein Problem. Also wir haben richtig Glück, dass wir quasi wegen Lärm da kein Problem haben. Aber ich kann das schon verstehen, wenn die da ihre Arbeit nicht machen können, weil einer Kreuze hebt. Aber ich kann halt meinen Mitgliedern auch nicht verbieten, Deadlift zu machen. Ich habe da Powerlifter, die kann ja nicht sagen, ja, leg mal bitte leise ab. Kraft macht keine Geräusche. Kennst du den? Ja. Habe ich ja mal mit für gehört. Jetzt lass uns mal rein starten. Ich glaube, ganz groß auf dich aufmerksam geworden bin ich nochmal mit der Alpha Pharma-Doku von den Öffentlich-Rechtlichen, wo sie dich irgendwo, irgendwelche Videos von dir reingezogen haben und du hinten raus nur gesagt hast, frag mich doch einfach. Ja, da haben sie, glaube ich, ganz weird, eigentlich haben sie sich nur für diese DNP-Thematik, also diesen Fatburner, interessiert. Ich bin halt der in Deutschland, der auch gerne mal so Dinge anspricht, wo gar keiner Bock drauf hat. Und DNP ist im Bodybuilding vielleicht zusammen mit Syntol das, was so am verpöntesten ist. Aber auch zu, wie eigentlich zu jeder Substanz kann man sich da eine vernünftige Meinung zu bilden und alles hat auch irgendwo sein Einsatzgebiet, wenn man es mit Hirn benutzt. Und ich habe halt, ich habe damals meine Erfahrungen damit halt einfach geteilt und das haben die völlig aus dem Kontext in der Luft zerrissen und mich versuchte als den schlimmsten, weiß ich nicht, darzustellen. Den schlimmsten Spritzenscharlatan der Fitnessindustrie. Ungefähr so. Dann lass uns doch mal rein starten. Du bist jetzt 29 Jahre alt, kommst aus Hamburg ursprünglich. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Zum Bodybuilding, ich komme mit, kurz vor meinem 16. Geburtstag, so wirklich ganz stumpf, damals mit einem Kumpel im Studio angemeldet, haben beide irgendwie davor ein Jahr lang keinen Sport gemacht, kommen so aus dem Kampfsport und einfach ein bisschen außer Form geraten und das war so, komm, wir fangen jetzt an zu pumpen. Einfach nur mit einem Kumpel zusammen. Den habe ich dann nach einer Woche auch nicht mehr gesehen und ich selber habe irgendwie richtig Feuer gefangen und bin dann jeden Tag ins Studio, aus der Schule raus, ins Studio und das war dann auf einmal irgendwie so mein Alltag. Und dann hat sich so, am Anfang wollte es halt aussehen wie irgendwie so Fitnessmodel XY, kennst du Scott Herman? Ja. Ja, ich habe den irgendwie, ich wollte erst so aussehen. Und dann ging das irgendwie Schlag auf Schlag. Kumpel bei mir in der Klasse, lief dann immer mit einer Flex irgendwie durch die Gegend und irgendwie, und dann hat sich so dieses Idealbild, hat sich relativ schnell verschoben und ich war nach einem Jahr, war ich voll auf dem Trichter so, scheiß auf Scott Herman, Ronny Coleman, das ist so. Also, da will ich irgendwie hin. Bis auf die Hautfarbe, sehr realistisch. Und ich neige schon immer dazu, so wenn ich Sachen mache, dann mache ich die auch richtig. Und dann hat irgendwie, ab dem Zeitpunkt habe ich mich gefühlt 24 Stunden nur mit Bodybuilding beschäftigt und dann kommst du auch relativ schnell zum Thema, okay, wenn du aussehen möchtest für Ronny Coleman, dann geht das auch nur unterstützt. Und dann habe ich aber bestimmt drei, ja, so drei oder vier Jahre lang gefühlt alles an Informationen zum Thema Enhancing aufgesungen, ohne selber zu unterstützen. Aber das war wahrscheinlich ein Grundstein für das, was ich jetzt mache. Und ja, so ist das dann Stück für Stück gekommen. Irgendwann habe ich gesagt, ich will auf die Bühne, habe aber gesehen, okay, da muss halt noch was drauf. Und natural lande ich nicht da. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, quasi nachzuhelfen und habe dann drei Jahre richtig Gas gegeben und bin dann deutscher Vizemeister geworden. In der offenen? Das war damals noch bei den Junioren, aber es war quasi offene Juniorenklasse. Also ich habe da schon 105 Kilo auf der Bühne gewogen. Das ist, wie viel ist man dann in der Off-Season, so 20 Kilo mehr? Ja, ich glaube, meine Diät habe ich damals so mit 125 angefangen. Also, dass du 20 Kilo verlierst, ist relativ normal. Also du bist dann mit den 125 Kilo tatsächlich nicht fett. Man wundert sich, wie viel wirklich runtergeht, damit du nachher 4% Körperfett hast. Das sind in der Regel immer 10 Kilo mehr, als du eigentlich gedacht hast. Ich finde, das ist ja für ganz viele, die nicht im Bodybuilding sind, total abstrakt, wie das eigentlich funktioniert und auch wie diese Erscheinung letztendlich ist. Weil du bist jetzt 1,80 Meter groß, 1,78? Ja, ein bisschen über, 1,81, 82, so ja. Wird weniger wahrscheinlich. Wenn man sich überlegt, 125 Kilo oder teilweise durchaus vielleicht auch mal noch mehr, auf 1,80 Meter, das ist schon wahnsinnig viel Körpergewicht. Und dann gibt es ja noch die Dimension im Pro-Bereich, die dann ja gefühlt 140 Kilo haben auf 1,65 Meter Körpergröße. Ich wollte gerade sagen, da kannst du mal 25 Kilo raufpacken bei den wirklich dicken Jungs. Und die Sache ist, wenn man jetzt im Bodybuilding oder wenn man sagt, man macht Muskelaufbautraining und irgendwann sagt, man will auf eine Bühne und man entscheidet sich dafür, dann zu stoffen, so kann man ja offen aussprechen, ist ja auch völlig legitim in einem Sport, in dem das gang und gäbe ist. Wann ist der Moment, damit anzufangen? Also, da gibt es ein bisschen verschiedene Sichtweisen zu. Die Standardsichtweise ist so, ja, wenn du dein natürliches Potenzial, Muskelpotenzial ausgereizt hast, dann kannst du anfangen. Faktisch kann man sein natürliches Aufbaupotenzial nicht ausreichen. Das sind quasi einfach nur so die Minishing Returns. Das wird halt immer weniger, was du aufbaust, aber faktisch funktioniert ein Muskelaufbau dein Leben lang. Also, die Herangehensweise finde ich ein bisschen Quatsch. Ich finde, viel wichtiger ist, A, dass derjenige, der sich dazu entscheidet, tatsächlich auch begriffen hat, was er seinem Körper antut. Also, dass du dir über die Folgen und langfristigen Folgen bewusst bist. Also, so eine nötige geistige Reife gehört auf jeden Fall dazu. Und dass du natürlich, A, weißt, wie du vernünftig deine Ernährung im Griff hast, wie du dein Training vernünftig im Griff hast, dass du auch naturalst geschafft hast, Progress zu machen, weil Stoff ist nachher der Multiplikator dafür. Wenn du vorher schon scheiße aussahst, viel Spaß, Stoff zu nehmen, das wird nicht besser. Also, du solltest vorher halt einfach schon ein ganz guter Bodybuilder sein, bevor du dich dazu entschließt, weil sonst wird dir der Stoff wenig bringen, außer einen Haufen Nebenwirkungen und nachher wirst du dich Todesärgern. Der Einstieg, also, es gibt ja nun, der größte Teil, der größte davon sind ja generell anabolische Steroide. Es geht ja immer darum, einfach Aufbauprozesse im Körper zu fördern, dass man mit dem gleichen Trainingsreiz am Ende einfach mehr Aufbau bekommt. Also, im Endeffekt, man muss ja nicht, also, man kriegt jetzt nicht Muskeln ohne zu trainieren, aber man bekommt auf das Training, das man durchführt, auf den Reiz, den man setzt, einfach einen anderen Ertrag. Man bekommt mehr und man hat vor allem, soweit ich das verstehe, jetzt auch aus dem Leistungssport, eine deutlich beschleunigte Erholung. Das heißt, gerade durch Testosteron steigert sich natürlich so die Erholungsfähigkeit des Körpers. Ja, also, das ist schon richtig, aber das gibt den Leuten manchmal so ein bisschen falsche Vorstellungen davon, wie das dann tatsächlich funktioniert. Denkt man, okay, du kannst öfter trainieren, du kannst härter trainieren oder so, das ist natürlich, das ist Quatsch, ne? Also, du kannst natural genauso ins Muskelversagen trainieren, wie du auch als Enhanced Bodybuilder ins Muskelversagen trainieren kannst. In der Praxis ist es auch so, dass unterstützte Bodybuilder nicht mehr Volumen im Training fahren, als das Natural Bodybuilder machen, aber du bewegst halt einfach höhere Lasten, du bist stärker. Faktisch braucht der Körper mehr Regenerationskapazitäten, um hinzukommen, aber ein Trainingsplan unterscheidet sich bei Natural Bodybuildern wenig von dem, was ein Unterstützer machen kann. Wo so ein Unterschied ist, okay, als Netty schaffst du es vielleicht, 100 Gramm Muskulatur im Monat aufzubauen und als Unterstützer übertrieben vielleicht ein Kilo, das ist natürlich hochgegriffen, aber es ist halt zum Beispiel den Kalorienüberschuss, den du sinnvoll im Muskulaturumwandeln kannst, ist höher. Also faktisch, du musst mehr essen, du kannst auch mehr Protein verwerten, als du es natürlich kannst, weil du einfach mehr Potenzial hast, Muskeln aufzubauen. Aber ja, so läuft das. Das ist ja das Thema, das eigentlich, glaube ich, die gesamte Fitnessindustrie spaltet, ne? Was ist für dich, wenn du jetzt sagst, geistige Reife und ein gewisser Trainingsstand, siehst du da ein gewisses Alter, ab dem du sagen würdest, okay, da könnte man drüber nachdenken oder ist es eine Trainingserfahrung? Auch schwierig zu sagen, weil wir kennen alle Leute, die sind 25 und dumm wie Brot, so, ja. Und ich kenne auch Leute, die mit 18 schon deutlich weiter sind. Also das Thema geistige Reife ist schwierig irgendwie in Worte zu fassen. Also man sollte halt von sich aus das Interesse haben, sich damit richtig auseinanderzusetzen, nur weil ein Kumpel erzählt hat, ja, ne, mal ein bisschen das und das, dann bist du nicht informiert über das Thema. Wie gesagt, ich habe vier Jahre lang nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag mir alles dazu durchgelesen und jetzt Retro-Perspektiv wusste ich da eigentlich gar nichts, ne? Und ich hatte natürlich das Gefühl, ich weiß alles nach vier Jahren so, aber jetzt zehn Jahre später weiß ich, okay, da war doch ganz schön viel Blödsinn noch mit dabei. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass du dir einfach bewusst bist, dass wenn du anfängst, Steroide zu nehmen, du das wahrscheinlich den Großteil deines restlichen Lebens machen wirst, bist, dass du gesundheitlich auf jeden Fall immer Spätfolgen davon tragen wirst, weil das ist nämlich eine Sache, die wird krass verharmlos. Das ist so der Trend, da bin ich auch selber zum Großteil mit verantwortlich, so dieses Nebenwirkungsmanagement, so ich habe quasi den Safer Use, was bei Drogen inzwischen irgendwie gang und gäbe ist, habe ich so ein bisschen ins Bodybuilding gebracht und da stehe ich auch zu. Wenn man sich schon dazu entschließt, zu schlopfen, dann versucht er mit so wenig Schaden wie möglich anzurichten, aber das gibt den Leuten dann auch ganz schnell die Illusion, ich kann das machen ohne Folgen und das ist nicht der Fall. Du kannst versuchen, nicht noch mehr Scheiße anzurichten in deinem Körper, aber es ist relativ egal, was du nimmst, du wirst immer verschobene Blutfettwerte haben, du wirst deinem Gefäßsystem auf Dauerschaden zufügen, die meisten unterstützenden Athleten haben irgendwann eine linksventrikuläre Hypertrophie. Fruchtbarkeit ist ein Thema, was auf jeden Fall während der Einnahme krass leidet und mit Pech hast du auch, oder was heißt mit Pech, sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du lange on bist, wirst du nie wieder deine eigene Testosteronproduktion auf das Level kriegen, wo es dir gut geht damit. Fruchtbarkeit über Umwege schafft man es immer, Kinder zu kriegen. Also selbst die Top Ten Mr. Olympia Teilnehmer haben fast alle Kinder, also das ist nicht das Thema, aber du klaust dir Jahre deines Lebens 100%. Also dass die Lebenserwartung nicht steigt, wenn man die körperliche Leistungsfähigkeit permanent auf der linken Spur, auf der Autobahn fährt, ist klar. Das mit der Verharmlosung der Nebenwirkungen, glaubst du, dass Leute weniger stoffen würden, wenn jetzt jemand wie du sich nicht hinsetzen würde und darüber aufklären würde? Ich glaube tatsächlich, dass ich ziemlich viele Leute davon abgehalten habe, Steroide zu nehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich ziemlich unverblümt darüber rede, was halt auch passiert. Ich habe zum Beispiel einen Athleten von mir, der Justin, der hat jetzt Ende der Offsaison 137 Kilo gewogen und wir reden ganz offen darüber, was der macht, aber auch was der für Probleme hat. Wir analysieren dann ab und an mal sein Blutbild. Wir reden da dann leger irgendwie drüber, weil das für uns so normal ist, aber für jemanden, der sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen und überlegt, ein bisschen Testosteron zu nehmen und sieht dann, okay, fuck, um so auszusehen, ist das nicht mit irgendwie ein bisschen Testosteron gegeben? Und Justin sitzt da und sagt, ja, ich weiß, das glaubt mir zehn Jahre meines Lebens. Der hat das für sich beschlossen, das ist okay, aber das schreckt jemanden, der sich das erst mal damit beschäftigt, eher ab. Ich glaube, dass so Leute, die sich das so einfach in den Kopf gesetzt haben, es zu machen, die machen das sowieso und ich denke, die sind einfach besser damit bedient, vernünftige Informationen zu finden und nicht gleich ins komplette Chaos zu laufen und die Leute, die sich informieren wollen, haben halt die Chance, mal ein reelles Bild davon zu bekommen, was tatsächlich dazugehört, inklusive Nebenwirkungen, die nicht beschönigt werden. so und also ist wie bei Drogen. Ich habe das Gefühl, also Aufklärung hat eigentlich nur Vorteile. Also ich habe, ich wohne leider in Wedding. Dementsprechend haben wir auch einen gleichen Fixer-Shop in der Nähe. Ich habe schon das Gefühl, dass es dadurch zum Beispiel dazu gekommen ist, dass die nicht mehr auf der Straße rumrennen damit, sondern dass sie da hingehen. Da muss man dann einfach, jeder muss da für sich beschließen, was er da besser findet, ob er es lieber konzentriert hat und sieht oder nicht sieht, weil er nicht hingeht, wo die sind. Also das ist ja am Ende das Ding, ist ja mit dem mit dem Konsumieren von leistungssteigernden Substanzen und von Bodybuilding genau das Gleiche. Es ist letztendlich eigentlich immer um uns rum. Ich sehe wahrscheinlich jeden Tag irgendwen im Kontext Training, der definitiv irgendwelche leistungssteigernden Substanzen zu sich nimmt. also in jedem normalen Fitnessstudio und ich habe auch das Gefühl, dass es sehr stark immer noch verharmlost wird. Ich beschäftige mich jetzt gerade, klar Fitness, Bodybuilding ja schon immer, aber gerade auch so in diesem Kampfsport, also in der Kampfsport, MMA, Ochsen und da scheint es auch noch mal eine relativ große Verharmlosung zu haben, gerade wenn es uns darum geht, irgendwie eine gewisse Optik zu erreichen oder abzunehmen oder so. Da kommt dann relativ schnell, jemand hat angefangen zu trainieren, dann zieht der fünfmal die Woche durch so mäßig, trainiert hart und dann ist so irgendwie die Aussage, ja und jetzt noch Testo und dann wird alles krass. Und dann ist für mich immer so, hm, du hast schon keine Haare. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Problem von noch mangelnder Aufklärung. Ja, absolut. Also dadurch, dass es inzwischen so gefühlt so gesellschaftsfähig ist und ich glaube, wenn wir gerade von Steroiden reden, ist das wahrscheinlich eine der Substanzen in Deutschland, die am meisten so recreational missbraucht wird. Und das Problem ist dadurch, dass alle Leute darüber reden und der nimmt ein bisschen Testo und der nimmt ein bisschen Testo und der nimmt ein bisschen Testo, nehmen halt auf einmal auch viele ein bisschen Testo, ohne so richtig mal drüber nachzudenken, was sie eigentlich machen. Genau, also Testosteron-Replacement-Therapy, also TRT, ist ja international so eine, also es war schon immer so ein bisschen so eine Jugend, Junghalt-Droge, also es war ja schon immer so eine Lifestyle-Droge, so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, durch Social Media wird es gerade deutlich mehr, dass ganz viele offen sagen, ja, ich bin auf TRT, seitdem ich 26 bin und so. Genau, okay. Ja, TRT ist auch immer so ein Grundwort für eigentlich überhaupt keine TRT. Also das ist so die Rechtfertigung, ah, ich habe vom Arzt verschrieben mein Testosteron, ja, am Arsch. 1000 Milligramm die Woche. Genau, am Arsch bist du irgendwo in einem Normalbereich. Und dann ist auch okay, also wenn man das dann macht, wenn man sagt, ey, ich war schon immer ein Gym-Freak und ich finde das geil und ich finde das geil, irgendwie höhere Leistung zu haben, das ist natürlich immer eine Frage der offenen Kommunikation, wenn man sagt, ja, ich, also ein großes Beispiel, ich weiß nicht, ob du Alex Hormosi, hast du wahrscheinlich inzwischen mitbekommen, ist so ein amerikanischer Business-Coach, der sehr groß ist, der auch aus dem Gym-Business kommt, also der hatte eine Gym-Kette und eine Supplement-Kette, die er insgesamt für irgendwie zwischen 40 und 100 Millionen irgendwie verkauft hat und hat jetzt eine Acquisition, eine Investment-Firma und der war halt Powerlifting-Champion, hatte eigene Gyms und der ist ganz offen halt so ein Typ, der über Business redet und der ist halt offensichtlich auf TRT, sagt er auch ganz offen und da hast du manchmal dann so Charaktere, die reinkommen, die ganz offen dann sowas kommunizieren, wo ich mir oft die Frage stelle, jemand, der jetzt nicht so wie wir sein Leben lang dafür lebt, dass Gewichte gehoben werden, hat nicht das Gespür dafür, was das eigentlich bedeutet und wie viel man eigentlich über seinen Körper wissen sollte, wie viel man schon trainiert haben sollte, wie viel man vielleicht auch schon mal Verletzungen gehabt haben sollte, um zu wissen, was da auf einen zukommt, wenn man so eine hormonelle Veränderung vornimmt, weil die meisten, die es machen, die sind ja, ich würde jetzt sagen, in den 20ern, vielleicht sogar Anfang 20 und da hat man, ich meine, wir sind jetzt Ende 20 und ich glaube, man spürt relativ klar, dass zwischen Anfang 20 und Ende 20 viel passiert ist, ich habe das jetzt auf natürlichem Wege erlebt, du nicht und wahrscheinlich wurde der ganze Prozess bei dir nochmal beschleunigt deutlich beschleunigt und deshalb ist für mich immer so, okay, wenn ich junge Menschen sehe, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt auf Stoff, dann ist es immer so, dann wünsche ich mir immer, dass die relativ offen mit möglichst vielen Leuten, die das gemacht haben, darüber geredet haben und dann ganz genau wissen, was sie sich damit für also was sie sich damit aufbürden, also körperlich einfach. Ja, ich wollte einmal kurz einhacken, eine Sache, so, die die Leute inzwischen viel im Kopf haben, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist so, was so auf Organebene irgendwie passiert, also dieses Thema, ich schade meiner Gesundheit, aber was ganz viele Leute überhaupt nicht im Kopf haben, was im Kraftsport ja generell gerne mal passiert, sind auch das Thema Verletzung und Verschleiß von Muskeln und Gelenken und Sehen und so, ich zum Beispiel habe jetzt nach 15 Jahren Trainingskarriere, mir tut gefühlt jedes Gelenk weh und das liegt nicht daran, dass ich wie ein Idiot trainiert habe, aber ich habe halt auch mit Anfang 20 Gewichte bewegt, die man normalerweise irgendwie nicht bewegt und das ist eine Sache, die ist auch scheiße, wenn du dich mit 30 fühlst wie mit Ende 50, ja, nicht gut, das haben viele Leute nicht auf dem Zettel. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, um mal so ein Verständnis zu geben, wie so der graduelle Einstieg ist, sagen wir, jemand trainiert jetzt seit 10 Jahren und denkt jetzt erst eine Kante und er möchte, muss er ja denken irgendwie, und er möchte jetzt irgendwie sagen, er packt was drauf, wie ist der Einstieg, womit fängt man da an und mit welchen Veränderungen hat man zu rechnen? Also die meisten Leute, die damit anfangen, entscheiden sich wahrscheinlich dafür Testosteron zu nehmen, das war vor 20 Jahren, haben alle angefangen, Dianabol-Tabletten zu fressen, da ist man zum Glück irgendwie von weg. Es ist auch Fakt, dass Testosteron irgendwie das Steroid ist mit den absehbarsten Nebenwirkungen, ist ein körpereigenes Hormon, von dem man dann halt einfach mehr zuführt, also da ist es, und es ist sehr gut erforscht, es ist ein Medikament für Menschen, nicht für Tiere, dementsprechend kann man da auf jeden Fall Nebenwirkungen ein bisschen besser einschätzen, sagen wir mal, fängt mit 300, 400 Milligramm Testosteron in der Woche an, damit hat man schon mal locker die fünffache Menge von dem, was man normalerweise produzieren würde, oder vier- bis fünffache Menge. Und dann kommt das aber wirklich ganz, ganz stark darauf an, was du für eine Genetik hast. Es gibt Leute, die nehmen tatsächlich ein bisschen Testosteron und dann bauen die innerhalb von kürzester Zeit echte 10 Kilo Muskulatur auf, und es gibt auch Leute, die nehmen 500 Milligramm Testosteron, da passiert erstmal gefühlt gar nichts, außer dass sie ein bisschen Wasser ziehen und Pickel kriegen. Und dicke Wangenknochen. Ja, so, also, es gibt immer so einen schönen Satz, ich sage das, wenn du quasi dich dazu entschließt und du explodierst nicht auf ein bisschen, also wenn du nicht auf der kleinsten Menge richtig explodierst, dann hast du auf jeden Fall auch keine Zukunft im Bodybuilding, weil das sind nämlich nachher die Leute, die diese exorbitant hohen Mengen nehmen und sich mal selber einreden, ah, der sieht so aus, weil der nimmt das und das und das, aus der Realität kann ich dir sagen, dass selbst die Bodybuilder auf dem höchsten Niveau bei Mr. Olympia, das sind nicht die Bodybuilder, die am meisten konsumieren, überhaupt nicht. Da sind immer irgendwelche Amateure mit schlechter Genetik, die versuchen alles zu kompensieren mit exorbitanten Mengen Stoff. Das heißt, man geht dann rein auf Testosteronspiegel erhöhen durch externe Zufuhr, da gibt es dann wahrscheinlich, gibt es ja verschiedene Formen dann, wie schnell das abgebaut wird und wie schnell es verfügbar ist. Da müssen wir nicht so drauf eingehen, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das heißt, die Nebenwirkung wäre dann in erster Linie, dass der Körper selbst aufhört, Testosteron zu produzieren. Das heißt, Also es passieren mehrere Dinge im Körper. Klar, erstmal der Körper merkt, dass es genügend Testosteron vorhanden, also mehr als der selber eigentlich herstellt. Deswegen hört er auf, selber Testosteron zu produzieren, braucht nicht noch mehr. Das wiederum führt dann dazu, dass die Zeugungsfähigkeit nachlässt, weil es gibt zwei Hormone im Körper, LH und FSH, die quasi den körpereigenen Hormonachse in Gang setzen und da fehlt quasi das Biofeedback und die höheren aufzuproduzieren. Das heißt, mit dem Sinken des Körpereigenen Testosteronspiegels hört auch gleichzeitig die Spermienproduktion und die Spermienreifung auf, bis zu, sagen wir mal, 99 Prozent. Also es kann immer noch mal sein, dass da einer rumschwimmt. Der eine freut sich drüber, dass er nicht fruchtbar ist. Der Nächste denkt, er ist nicht fruchtbar und dann ist die Freundin doch schwanger. Das kann auch blöd sein. Also verlasst euch nicht drauf, aber das ist das, was in der Regel passiert und das ist das, was auch langfristig dafür sorgt, dass irgendwann die eigene Testosteronproduktion nicht mehr anspringt. Je länger der Körper quasi kein eigenes Testosteron produzieren muss, umso unwahrscheinlicher wird, dass er das irgendwann noch mal im vernünftigen Maße tut. Dann hat man das nächste Problem, was auftaucht, ist, dass Testosteron im Körper über Aromatase, das ist ein Enzym, in Östrogen umgewandelt wird. Das muss auch so sein. Östrogen ist für den männlichen Körper genauso wichtig, wie er auch für den weiblichen Körper wichtig ist, aber nachher ist immer wichtig, wie ist das Verhältnis von Androgen und Östrogenstoffen in deinem Körper und diese Aromataserate ist von vielen Faktoren abfängig, aber unter anderem auch vom Körperfett. In den Fettzellen wird dieses Enzym gebildet. Das heißt, wenn zum Beispiel der Körperfettanteil ein bisschen höher ist und dann auch eine genetische Veranlagung dazu hat, kann das sein, dass du einen höheren Testosteronspiegel hast, aber manchmal ist dann im Verhältnis der Östrogenspiegel auch viel zu hoch. Das wiederum führt dann zu vielen Nebenwirkungen wie eine Gynäkomastie. Dann wächst auf einmal weibliches Brustdrüsengewebe beim Mann, sieht kacke aus, kann zu Brustkrebs führen, aber erstmal sieht es einfach bescheuert aus. Sieht man zum Beispiel auch bei sehr übergewichtigen, jungen Menschen. Ja, aber da ist genau dasselbe. Also selbst mit körpereigem Testosteron, wenn du so fett bist und die Aromataserate in deinem natürlichen Körper steigt, dann sinkt irgendwann dein Testosteronspiegel, weil mehr davon in Östrogen umgewandelt wird und sobald dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, kann das auch passieren. Oder du siehst es auch bei älteren Menschen. Wenn du mal in die Sauna gehst und da sitzt ein Opi, der kriegt Pitten, weil bei dem auch der Testosteronspiegel irgendwann sinkt und der Östrogenspiegel im Verhältnis höher ist. Und das passiert halt auf Stoffausschneiden. Dann würde ich regelmäßiges Krafttraining empfehlen und kein TRT. Ja. Zu allererst mal. Genau. Dann sind so Sachen, die auch in der Regel passieren, ist so Verschiebung von Blutfettwerten, also HDL-Cholesterin sinkt in der Regel. LDL-Cholesterin, wenn du Pech hast, auch genetisch abhängig, ist deine Vorgeschichte, steigt. Damit steigt dann auf lange Sicht auch einfach das Risiko für Corona-Herzerkrankungen. Ist das häufig im Bodybuilding? Ja. Also ich meine, was für mich das Interessanteste ist, ich sage mir mal, die Hochzeiten des Bodybuildings in der Vergangenheit waren so 70er, 80er Jahre. Arnold und die ganze Generation rundherum, die haben ja anders gestopft. Die haben zum größten Teil auch noch keine für den Mensch pharmazeutisch hergestellten Steroide genommen, sondern halt noch viel Zeug für Pferde, Schweine, etc. Also es war noch nicht so krass wie jetzt, aber es gibt ja, also da kommt immer schon mal wieder durch, ein paar sterben relativ früh, aber es spricht niemand so richtig über die Nebenwirkungen, weshalb ich so ein bisschen immer mich frage, okay, wie sieht es denn aus mit 60, 70, 80? Und ich würde sagen, Arnie geht es verhältnismäßig gut. Ja, also der größte Faktor für Herzerkrankungen ist immer, wie es deine familiäre Vorgeschichte, genauso wie es auch ist, aber so wie dein, du hast vorhin so eine geile Analogie gehabt, so wenn du die ganze Zeit mit deinem Auto links auf der Überholspur fährst, es finden halt auch alle Prozesse in deinem Körper einfach ein bisschen schneller statt. Also wenn du, wenn deine Genetik dir vorschreibt, du stirbst irgendwann mit 80 am Herzinfarkt, ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß, wenn du 20 Jahre deines Lebens geschafft hast, dass das halt mit 60 passiert. Na, so. Es sind alles immer so, du kannst dich nicht akut umbringen mit Steroiden. Du kannst jetzt auch auf der Stelle 10 Gramm Steroide in deinen Körper jagen, du wirst am nächsten Tag trotzdem noch stehen. Das Problem ist, was halt über Zeit mit deinem Körper passiert. Na, da kommen Steroide ja eigentlich her, die sind ja eigentlich entworfen für die Notfallmedizin, um halt Genau, um Verletzungen zu heilen. Aufbauprozesse im Körper zu steigern, Immunsysteme nach oben zu knallen, um Sachen zu bekämpfen. Also das ist ja, am Ende wird es ja immer umgenutzt. Ich glaube, Testosteron wurde das erste Mal eingesetzt im Ersten Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Nazis haben das. Zweiter Weltkrieg, flächendeckend. Und es ist ja, jetzt schlimm genug, aber irgendwo kam ja mal die Initiative her und man hat sich ja irgendeinen positiven Effekt gewünscht. Und jetzt ist der größte positive Effekt, der offensichtlich ist, natürlich der Leistungskraftsport. Und der größte verdeckte Sport ist wahrscheinlich der Leistungselitesport, wo jetzt zum Beispiel, ich glaube, Paul Pogba, kennst du den Fußballer? Zufällig? Ich bin so dermaßen nicht sportaffin in anderen Sportarten. Der wurde zum Beispiel positiv getestet auf androgene Steroide. Ich glaube, auf irgendwas in die Testosteron-Richtung. Und das ist also, er war mal einer der aufkommenden besten Fußballer der Welt. Und es kommt immer mehr jetzt durch, dass auch im Fußballbereich mal hier und da jemand, das nicht hinbekommt, nicht positiv getestet zu werden, würde ich sagen. Wenn wir jetzt bei dem Testosteron sind, das heißt Nebenwirkungen, also kurzfristige Nebenwirkungen sind erstmal, dass man unfruchtbar scheint, ob man dann unfruchtbar ist, ist ja eigentlich, unfruchtbar ist man ja erst, wenn man für immer unfruchtbar bleibt. Ja, genau. Das heißt, du bist in der Zeit nicht zeugungsunfähig für einen Moment. Du bist aber in der Zeit hast du keine funktionierende Spermien, du produzierst keine lebendigen Spermien. Genau. Produziert man gar keine Spermien oder produziert man keine Lampen? Also wie gesagt, du hast diese zwei Hormone, das LH, das ist für die Spermienproduktion und für die Testosteronproduktion zuständig. Das geht halt gegen null, also du produzierst halt auch Spermien, du hast immer noch Spermienflüssigkeit, also deine Prostata, die produziert noch eher Kulat, aber da ist halt dein Gefühl nichts drin, sonst hast du ja eine Spermiendichte von ein paar Millionen Spermien auf so einen Milliliter und dann hast du halt auf einmal fünf da drin. Die können halt trotzdem ankommen, wenn du Pech hast. Und das andere Hormon ist das FSH und das ist quasi nachher für die Spermienreifung zuständig und das ist auch auf null. Also die fünf Spermien, die müssten dann auch noch Glück haben, dass die noch so einen Reifungszyklus durchlaufen und das tun sie in der Regel auch nicht. Und das ist so das Stoffwechselbasis-Supplement, könnte man einfach sagen. Also das bildet so die Basis der Stoffwechselbeschleunigung und dann... Das Problem ist, oder was die Krux ist ja, der Körper braucht Testosteron in der normalen Menge, damit ganz viele Körperfunktionen überhaupt funktionieren. Das heißt, jeder Steroidzyklus, jeder, egal welches Steroid man nimmt, sorgt dafür, dass die körpereigene Testosteronproduktion aufhört. Also faktisch, egal welches Steroid man nimmt, man braucht mindestens die körpereigene Menge Testosteron von außen zugeführt, damit man überhaupt quasi eine normale Aufrechterhaltung der Körperfunktion hat. Also deswegen ist Testosteron, sagt man immer so, die Basis bei Steroiden. Sollte sie auch sein, das macht schon Sinn, um gesund zu bleiben, oder... Äh, ja. Fack. Genau, und Nebenwirkungen sind, was ist mit so eine große Nebenwirkung, die es immer noch gibt, sind so Stimmungsschwankungen. Mhm. Mh, ja. Also es gibt tatsächlich, Testosteron ist gut erforschtes. Wir reden hier ja, es ist ja kein Bodybuilding-Podcast, Sondern wir reden ja primär für Leute, die damit vielleicht noch gar, also weißt du, die jetzt nicht so wie du oder wie ich jetzt genau wissen. Roid-Rage. Ja. Leute, die jetzt nicht eng befreundet sind mit Leuten, die 140 Kilo wiegen. Es ist eine Sache, die würde ich sagen, ist oft mal so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. Wenn man Chiroide nimmt und denkt, man wird jetzt, also Trennbolon kommen wir wahrscheinlich nachher zu, ist so der Klassiker, und Leute denken, sie werden aggressiv, dann werden die auch irgendwie aggressiv. Fakt ist, Testosteron ist auch in supraphysiologischen Mengen gut erforscht. Also es gibt reichlich Studien, wo Leute 500 Milligramm Testosteron mal genommen haben und auch Humanstudien. Und da sind tatsächlich so die psychischen Auswirkungen eher das Gegenteil von dem, was man denkt. Also du wirst eigentlich eher ausgeglichen. Das Problem ist also, aggressives Verhalten legen eher Leute an den Tag, die einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben. Aber du hast natürlich, wenn du Steroide zuführst, je nachdem, wie du das machst, gerne mal so Spiegelschwankungen im Körper. Und das kann durchaus mal einen Einfluss auf deine Laune haben. Ja. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Der eine wird einfach super selbstbewusst. Bei dem einen kann super selbstbewusst aber auch dazu führen, dass er der größte Assi wird. und der andere wird dadurch halt einfach entspannt, weil er selbstsicherer ist. Also, ja, definitiv Einfluss auch auf die Psyche. Gut, also offensichtlich habe ich all die Nebenwirkungen auch ohne extra Zufuhr. Genau, dann, das heißt, Testosteron, das kann man dann dosieren. Ich glaube, das obere Ende von der Dosierung liegt wahrscheinlich um die 1000 Milligramm pro Woche. Ja. Jetzt außerhalb von dem, was du schon gesagt hast, die, ich sag mal, die Pro-Bodybuilder und ich weiß nicht, wie es bei den Kraftsportlern aussieht, also Strongman und den superschweren Powerliftern, das geht ja, glaube ich, in eine ähnliche Richtung dann. Aber, so, du hast ja gesagt, dass die besten Bodybuilder der Welt oder die den besten Look erreichen, meistens gar nicht die sind, die am meisten nehmen, weil die einfach die beste körperliche Konstitution haben. die sind am besten, also, die reagieren am besten. Chris Bumstead, der ja irgendwie, das, ich sag mal, der wird nicht knöppelvoll sein. der ja wieder geschafft hat, dass nicht die ganz Großen die größten Stars haben, sondern er ja eigentlich mit der, ist ja so ein bisschen die neu erfundene Arnold-Klasse nochmal wieder und der sieht ja, das sieht ja wirklich, also, von der Ästhetik, finde ich, sieht es am krassesten aus, weil es auch noch am realistischsten aussieht und bei Big Ramy. Klar, der sieht aus wie im Labor gezüchtet. Also, der sieht aus wie diese Kühe. Ja, es gibt ja diese Blue, Austrian Blue oder keine Ahnung, wie die heißen. Eben. Und das heißt, man hat dann Testo, wie geht es dann weiter? Was gibt es noch? Die Obergrenze an Testosteron, würde ich sagen, ist immer dadurch bestimmt, wie die Nebenwirkungen aussehen. Also, der eine, der fährt halt mit 500 Milligramm Testosteron ohne Probleme und der Nächste, dem wachsen bei 250 Milligramm Titten. also, die Höchstmenge Testosteron sollte dementsprechend quasi so gewählt werden, dass du da möglichst nebenwirkungsarm mitfährst und danach fängt man an, sich dann quasi mit den Mehrstoffen zu orientieren. Früher war das ein bisschen anders. Da hat man gesagt, okay, wir müssen Gramm Testo nehmen und dann hat man versucht, die Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten wieder in den Griff zu kriegen. Dann gibt es so etwas wie Aromatase-Hämmer, das sind Krebsmedikamente, damit kann man dann sein Östrogen drücken und so weiter. Das habe ich schon mal gehört, das klang nicht so gut. Aber das ist so, wenn man da mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, macht das eigentlich relativ wenig Sinn. Man könnte halt das Problem auch an der Wurzel beheben und einfach dementsprechend weniger Testosteron nehmen. Testosteron, es gibt generell drei Arten von verschiedenen Steroiden. Das ist eines Testosteron, das ist die Basis und Testosteron wird im Körper über Aromatase in Östrogen umgewandelt und über die 5-Alpha-Reduktase, das ist ein anderes Enzym in die Hydro-Testosteron. Die Hydro-Testosteron ist das Hormon, was eigentlich für alle männlichen Eigenschaften, die man so kennt, zuständig ist, unter anderem auch für die Libido, Erektionsfähigkeit, aber auch zum Beispiel für androgenbedingten Haarausfall, Pickel, aber auch so für einfach so Gesichtsmerkmale, die man hat, man kriegt ein markanteres Gesicht und auch für ganz viel für Kraftentwicklung. Also ein Großteil der Testosteron-Wirkung ist eigentlich nicht das Testosteron, sondern das, was in die Hydro-Testosteron umgewandelt wird. So, jetzt gibt es eine ganze Stoffklasse an Steroiden, das sind die DHT-Derivate, quasi bereits über 5-Alpha-Reduktase umgewandelte Steroiden, DHT, die dann im Nachhinein chemisch quasi verändert wurden, mit dem Ziel, möglichst die Wirkung von Testosteron zu erreichen mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Primobulan, Drostanolon, Winstrol und Co., das sind alles Medikamente, die wurden quasi für Frauen entwickelt, die die therapeutische Wirkung von Testosteron haben sollten, ohne danach mit dem Bart und Pimmel durch die Gegend zu rennen. Das war der ursprüngliche Gedanke dabei und deswegen wurde DHT verändert, weil das quasi nicht mehr in DHT umgewandelt werden kann. Da gibt es mal so ein bisschen den Irrglauben, die Leute denken, dass diese DHT-Derivate quasi gleich mit DHT sind. Faktisch ist, es wurde das Enzym genommen, weil es eben nicht mehr in DHT umgewandelt werden kann. Und das bildet dann meistens auch quasi die zweite Stufe der Steroide, weil diese Steroide, die können dann wieder in Östrogen umgewandelt werden, also diese Problematik, die fällt raus und sie können auch nicht mehr in DHT umgewandelt werden, heißt, die zweite Kategorie an Nebenwirkungen fällt auch raus. Und da muss man sagen, ist nach oben fast keine Grenze. Also da wird dann, da fängt der Missbrauch dann halt richtig an, weil das Nebenwirkungsverhältnis oftmals ein ganz anderes ist. Wenn du statt 500 Milligramm 1000 Milligramm Testosteron nimmst, dann geht es ja wahrscheinlich rundelend. Wenn du jetzt statt 500 Milligramm Primobolan auf einmal 1000 Milligramm Primobolan nimmst, dann fällt dir das erstmal am nächsten Tag, das fällt dir gar nicht unbedingt auf. Was die Dinge aber natürlich trotzdem haben, ist ein miesen Einfluss auf deine Blutwerte, auf dein Herzwachstum, etc. Also quasi die verdeckten Nebenwirkungen, die du nicht auf Anhieb siehst, die finden bei den Steroiden aber in genau demselben Maße statt oder sogar noch mehr, weil man halt dazu neigt, einfach viel mehr zu nehmen, weil die Nebenwirkungen besser zu handeln sind. Und dann das Suchtpotenzial ist quasi die Leistungssteigerung, die man ziemlich direkt bekommt und dann für jemanden, ich sag mal, im Kraftsport, es fühlt sich schon geil an, wenn man mehr Kraft hat, es fühlt sich geil an, wenn man schneller Muskeln aufbaut. Darum geht es ja, also in dem Sport Bodybuilding und im Sport Bodybuilding geht es auch um progressiven Kraftzuwachs, weil man sich dann darauf quasi den Link setzt, okay, ich komme hier weiter und baue auch Muskeln auf. Das größte Problem ist ja auch irgendwann quasi die Menge an Steroiden, die du brauchst, um quasi deinen momentanen Zustand zu erhalten, wird ja auch immer höher. Wie viele Muskeln und wie viele? also wenn du halt auch immer 130 Kilo Bodybuilder bist, dann schaffst du es auch nicht mehr mit 250 Milligramm diesen Start zu erhalten. Du bist aber psychisch irgendwie auch von deinem Erscheinungsbild abhängig, du willst ja nicht auf einmal wieder der 100 Kilo Bodybuilder sein. Heißt, je mehr Muskulatur du aufbaust, umso höher wird auch quasi diese Grunddosierung, die du brauchst, um auf deinem Niveau zu bleiben. Selbst wenn du dich irgendwann dazu entschließt, ach klar, ich will jetzt nicht noch mehr Muskulatur aufbauen, was in der Regel nicht passiert. Das ist so Igorexia, kennst du den Begriff? Also Bodybuilder, die gucken immer in den Spiegel und denken, sie sind zu schmal, auch wenn sie 150 Kilo wiegen. Ja, Bodydysmorphia ist nochmal ein ganz eigenes Feld. Ja, sehe ich. Also deshalb, selbst ich und ich bin im Vergleich zu den Bodybuildern ja ein Durchsichtiger. Ja. Also da komme ich herein und bin nichts und dann, wenn ich in einem normalen Sport oder auch in einem Ausdauersport-Kontext unterwegs bin, dann bin ich plötzlich der Breite. Der Breite und früher beim Handball, ich war ja immer zu klein, um es nach ganz oben zu laufen. Die waren immer alle 1,95, 2 Meter, war ich immer der Winzige und jetzt in der normalen Welt ist man mit 1,78 und 100 Kilo Körpergewicht bisher eher stabil. Fällst schon auf, also bist nicht der Dünne und das ist richtig, also dieses Bodydysmorphia, manchmal wenn ich auch so im Golds-Gym bin und sehe halt so die Leute, denke ich so, okay, so ein Typ, 120 Kilo, ich weiß, der fühlt sich dünn. Ja, und das ist auch Fakt. Ich weiß, der fühlt sich, weil das Selbstbild ja daran betrachtet wird, im Trainingsziel Bodybuilding werde ich größer, einzig und allein und im Strongman ist es ja noch ähnlich, weil das ist ja sehr körpergewichtsabhängig und im Powerlifting geht es glaube ich so ein bisschen. Es trainiert ja auch keiner, um gleich zu bleiben. Außer Gewicht, aber. Außer Gewichtsklassen, Sportarten natürlich. Naja, aber die wollen ja auch stärker werden. Also du gehst ja immer mit einem Ziel ins Training. Kein Mensch geht fünfmal die Woche ins Training, reißt sich völlig den Arsch auf, mit dem Ziel gleich zu bleiben. Also dementsprechend diese Ziele, die verschieben sich immer, egal ob es jetzt vom Optischen ist oder von den Kraftwerten. Dann paart sich ja am Ende in dieser Sporte oder in dieser Dimension eigentlich eine sehr progressiv positive Charaktereigenschaft, also ambitioniert sein, besser werden, weiterkommen, dann halt mit, mit einer, ich sag mal, Supplementierung, nennen wir es Missbrauch, der halt natürlich diesen ganzen Progress in eine ganz andere Dimension hebt. Das ist halt wahrscheinlich ein Unterschied, ob du mit einem Prius auf der linken Spur auf der Autobahn fährst oder mit einem, keine Ahnung, Audi RS6 oder so. Da fühlst du dich dann plötzlich eher zu Hause und dann kommst du natürlich von diesem, man könnte schon sagen, von diesem Trip, ich meine, du hast ja permanent Testosteronspiegel im Körper im Schnitt von einem Vierjährigen. Ich habe mal gehört, dass der Testosteronspiegel auf die Körpermasse bei einem Vierjährigen Menschen der Höchste ist, also bei einem Jungen, dass der nie wieder höher wird, einfach weil die Menge an Testosteron und die Körpergröße und die Masse im Verhältnis so krass ist. Das kann so sein, quasi im Wachstum, ja. Deshalb, und du kommst natürlich dann von diesem Gefühl, ich meine, es muss ja auch ein Gefühl von Vitalität sein am Ende, wenn du so viel, wenn über, Klar, Bodybuilder fühlen sich immer scheiße. Ja, weil du dich im Training halt permanent zerstörst. Ja, und es ist auch scheiße, so schwer zu sein. Generell. Das kann ich mir sein. Also egal, ob du jetzt, und ich sage dir, es ist tatsächlich faktisch anstrengender, weil ich beide schon habe, es ist deutlich anstrengender, zum Beispiel 130 Kilo Muskulatur mit dir rumzutragen, als 130 Kilo, sagen wir mal, mit 20 Prozent Körperfett, ja, weil einfach Muskulatur, die klaut Sauerstoff, die klaut mehr Energie, alles ist unfassbar anstrengend. Ja, es gibt die Analogie zu dem, es gibt eine Bizeps-Curl-Analogie, kennen wir alle von früher im Fitnessstudio, wir sehen irgendwie so einen riesen Bodybuilder, sehen wir am Curlback und der curlt irgendwie, macht Hammercurls mit 30 Kilo, ganz kontrolliert, etc. Und dann wir Jungen, stellen uns daneben, nehmen auch 30 Kilo und schaffen das, weil wir, also physisch gesehen, das Problem ist, wenn du so einen großen Muskel hast, dass der schon sehr viel Energie dafür braucht, überhaupt die Spannung im Muskel aufrechtzuerhalten. Das heißt, du schaffst irgendwann mit einem größeren Muskel nicht mehr unbedingt mehr Gewicht zu bewegen, weil der Muskel an sich in seiner Größe sehr ineffizient wird, wenn es darum geht, Maximalkraft zu erzeugen. Also der könnte vielleicht eine Wiederholung oder drei Wiederholungen deutlich, deutlich schwerer machen, aber danach nicht mehr, weil einfach der Sauerstoffverbrauch in diesem Muskel einfach so hoch ist, dass man deshalb dann größere Bodybuilder mit viel weniger Gewicht trainieren sieht. Ist ja auch faktisch so, also die größten Bodybuilder sind ja nicht die stärksten Lifter im Gym. Klassiker Powerlifter, die Kniebeugen machen, haben oftmals überhaupt keine dicken Beine. Ich kenne Leute, die 350 Kilo Kniebeugen machen, aber keine dicke Quatsch haben. Und da gibt es Bodybuilder, die beugen 180 und denen explodiert das Bein. Ja, Jay Cutler. Jay Cutler ist, für mich war Jay Cutler immer ein Paradebeispiel dafür, das Gefühl zu vermitteln, dass man sinnig trainieren kann und trotzdem viermal Mr. Olympia werden kann. Also der hat gefühlt immer auch jetzt im Nachhinein, der hat jetzt ja viel, gerade danach hat er ja viel YouTube gemacht und so und der ist jetzt ja auch wieder, glaube ich, so ein bisschen, spielt ein bisschen darum, noch mal über 40 oder 50, ob er noch mal zurückkommt. Aber der hat, dafür ist der zu schlau. Der wird sich ja nur versauen. Also der, ob der vielleicht Masters ausspare, aber warum sollte er das machen? Das ist, Jay Cutler ist einer der wenigen und wirklich ein gutes Beispiel, die natürlich einen krassen Raubbau an ihrem Körper betrieben haben, aber psychisch so gefestigt waren, dass die von heute auf morgen den Absprung geschafft haben und dem ist jetzt, ich glaube, dem geht es vom Kopf her gut. Der sieht körperlich, sieht der immer noch geil aus, aber der hatte kein Problem, sich davon zu verabschieden. Alles klar, ich verliere jetzt halt auch einen Großteil meiner Muskulatur, das gehört dazu. Ganz viele Bodybuilder kommen halt irgendwann an den Punkt, dass sie gesundheitlich eigentlich aufhören müssen, sind aber vom Kopf gar nicht dazu bereit, sich von, das ist ja quasi deren Identität, dem Rauschzustand, ja, sich von ihrem körperlichen Erscheinungsbild zu trennen und das ist ein Rezept für absolute Katastrophe. Also würdest du sagen, das ist eigentlich das größere Problem, warum dieser Missbrauch so dominant ist, dass man davon dann einfach nicht mehr wegkommt? Ja klar, die Leute identifizieren sich halt zum ganz großen Teil einfach über ihre Optik, wenn das quasi dein ganzes Leben war und die, auch gerade wenn du berühmt geworden bist für deinen Körper, ja, du bist es irgendwie gewohnt, dass die Leute auf dich zukommen, weil du immer der Riese bist so und dann bist du auf einmal, bist du das nicht mehr. Das kann schon, das kann schon arg auf die Psyche gehen, aber faktisch muss ich da, mit der Problematik muss sich jeder Bodybuilder eigentlich mal rechtzeitig auseinandersetzen, weil du wirst diesen Sport auf dem Niveau faktisch nicht machen, bis du 70 bist, weil sonst wirst du nicht 70. Wie verdienen die Bodybuilder ihr Geld? Sind das Influencer? Ja, inzwischen sind Bodybuilder eigentlich Verkäufer. Also wenn du ein Bodybuilding Geld verdienen willst, dann verkaufst du irgendein Produkt. Ja, also über Preisgelder? Ja, also vielleicht die Top 10 in der Welt, aber selbst die machen wahrscheinlich den geringsten Umsatz damit, dass sie irgendwo ein Preisgeld. Guck mal, bei Mr. Olympia, das ist der höchste Titel, den man erreichen kann, gab es glaube ich letztes Jahr 250.000 Dollar und den kriegt einer auf der Welt und das ist der beste Bodybuilder der Welt und der hat wahrscheinlich, er zahlt wahrscheinlich schon 250.000 Euro Miete im Jahr für seine Villa, die er da durch die Gegend schleppt. Genau, weil das ist ja, ich meine, gut, klassischer Profisport scheidet ja ganz schnell an den monetären Mitteln, also es gibt vier Profisportarten, in denen wirklich Geld ist, Fußball, NFL, also American Football in einer Liga der Welt, Basketball in einer Liga der Welt und Eishockey in einer Liga der Welt und alles andere, was danach kommt, wird ja sehr schnell durchsichtig. Motorsport. Formel 1, okay, das habe ich vergessen, sagen wir, fünften Sport und dann gibt es noch Tennis vielleicht noch, aber Motorsport darf man nicht unterschätzen, da versuche ich gerade mit so ein paar Gästen langfristig mal reinzukommen, weil das super spannend ist. Bei dem Motorsport brauchst du ganz schön viel Geld, um da überhaupt erst reinzukommen. Das ist ja genau das Thema, was mich so interessiert, weil ich habe mal einen Podcast gesehen mit dem Daniel Abt, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, 600.000 im Jahr brauchst, um eine Formel 3 Saison irgendwie fahren zu können oder so, allein was das Ding kostet und so ein Formel 1 Auto kostet irgendwie 20 Millionen oder so. Aber es ist auch ein Leistungssport, in dem es sehr viel Geld gibt, aber es gibt einfach wahnsinnig ganz, ganz wenige Athleten, die das überhaupt fahren. Profifußball in Deutschland, mein Bruder ist einer von, glaube ich, 4000 Fußballprofis, die es gibt in Deutschland. Das ist ja eine unfassbar kleine Zahl dafür, wie viele Leute Fußball spielen am Ende und am Verein sind und dann Basketball spielen noch relativ viele Leute, Eishockey, das ist jetzt bei uns nicht so präsent, weil wir einfach nicht so viel Eis haben und nicht so viel Berge, aber das sind ja so Sportarten, Fußball ist in Deutschland, glaube ich, halt so ganz klar und da ist halt auch Geld. Da kommt Geld rein und für mich ist ein Unterschied, ist ein Sportler Influencer, also bekommt er Geld von seinen Sponsoren dafür, dass er was verkauft oder ist jemand Profisportler, das heißt, er bekommt Geld dafür zu existieren und seinen Sport zu machen. Es gibt ein paar Beispiele, gibt es, es gibt auch ein paar Leute, die kriegen vernünftiges Sponsoring-Gehälter, ohne dass die die Werbehure spielen müssen und gerade bei den Amis gibt es da schon ein paar Profis, die konzentrieren sich einfach darauf, Profi zu sein und da funktioniert das auch noch so, dass die Supplementmarken dann einfach mit deren Gesicht werben, sozusagen, aber gerade in Deutschland, in Europa, also wenn du nicht deinen Code in die Kamera hältst und dir selber eine Community aufbaust. Genau, das ist ja gut, aber das ist nochmal was anderes für mich, also wenn du jetzt Profisportler bist und du machst die bewusste und vielleicht auch schlaue Entscheidung, Social Media zu machen, zum Beispiel du dokumentierst dein Leben und dein Training mit einem YouTube-Kanal, ist glaube ich das Smarteste, was du machen kannst, dein Leben zu dokumentieren, also für alles, dann bist du ja nicht gleich eine Werbehure, sondern du hast ja eine eigene Plattform. Verkaufen tust du ja erst, wenn du sagst, kauf dieses Produkt, also ich sag mal, bei mir mit Vivo Barefoot, ich verkaufe ganz offen Vivo Barefoot, ich trage die Schuhe seit acht Jahren, ich trage die jeden Tag, ich habe keine anderen Schuhe an, deshalb ist das Ganze in Ordnung, ich weiß auch, dass Influencer für Geld dir trotzdem auch Sachen andrehen wollen, die sie vorher nicht mal lesen konnten. Das ist für mich immer ein schmaler Grad zwischen, bist du Profisportler und lebst du von Sponsoren oder bist du halt eine Litwasssäule für irgendwelche Leute, die dir halt Geld reinpumpen und nimmst halt einfach alles, was du kriegst. Wer würdest du sagen, ist der erfolgreichste deutsche Bodybuilder aktuell? Erfolgreichste deutsche Bodybuilder? Nach Placings ist es aktuell Roman Fritz, der hat die höchste Platzierung beim Mr. Olympia. Welche Klasse? In der offenen Klasse. Okay. Also okay, wenn du so danach gehst, also wenn du sagst, der erfolgreichste und wahrscheinlich auch finanziell erfolgreichste Bodybuilder, aktiv ist es Urs in der Classic Physik und der ist auch Social Media mäßig fit und aber im richtigen Bodybuilding ist es halt Roman, aber die dicken Jungs, die verdienen nicht dasselbe wie inzwischen die Classic. Nee, weil die weniger Ästhetik haben, abstrakter sind wahrscheinlich. das Publikum ist einfach kleiner. Also es gucken weniger Leute, also es ist auch weniger Geld. Da kommt man ja auch nicht so, also wenn man, ich sag mal, um da hinkommen zu wollen, hab ich schon das Gefühl, dass du schon ziemlich einen am Rennen haben musst, dass du das willst. Ja. Also da hinkommen zu wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Lebensqualität in so einem Maishuhnkörper, nee, du machst ganz anders und das ist bestimmt dein ganzes Leben. Das wird bei Urs auch nicht viel anders sein auf dem Niveau, aber faktisch ist es auf jeden Fall realistischer einen Körper wie Urs, gerade wenn du eine gute Genetik hast, ja und auch irgendwie zu erhalten und trotzdem noch ein Leben zu führen nebenher, als es jetzt wie Markus Rühl auszusehen. Ja. Obwohl der ja gerade wieder seinen zweiten Frühling hat, glaube ich, von der Aufmerksamkeit, ne? Also der, der ist gerade... Markus Rühl ist auf jeden Fall der am besten Verdienste aus der Bodybuilding-Szene in Deutschland und Markus, das ist so witzig, weil Markus war früher derjenige, der sich so wahnsinnig über Influencer und so aufgeregt hat. Der ist der größte Influencer, den wir haben. Also der ist damit, dass er sich jetzt auch darüber lustig macht, der größte Influencer. inzwischen ist er fucked. Markus macht ein YouTube-Video, das kriegt eine Million Klicks. Der hat es gesagt, der hat geschafft, mit so einem latenten, mit so einer Dauerironie hat er es geschafft, dass er zu einer, zu einem Statussymbol geworden ist. Markus Rühl hat eigentlich wahnsinnig Glück gehabt, dass der, dass aus dem so ein Meme geworden ist. Also diese ganzen, es gibt so ganz viele Satire-Kanäle, die sich über Markus lustig machen und die haben eigentlich dafür gesorgt, dass Markus gerade so jetzt bei der jüngeren Generation, die den eigentlich überhaupt nicht mehr live miterlebt haben, auf einmal so Kultstatus erlangt hat. Markus ist schon immer eine große Nummer gewesen im Bodybuilding, aber so. Also der war doch wirklich auch Weltspitze, also Platz 6 war der größte Erfolg, glaube ich. Aber der, also jetzt verdient er mit Sicherheit deutlich mehr Kohle als seine aktiven Zeit als Bodybuilder. Wahrscheinlich trotz Inflation. Ja. Und das muss man eben auch gönnen. Also ich finde zum Beispiel, ich finde immer beeindruckend, wenn man so eine Konstanz hat in seiner, auch in seinem Standing und der macht jetzt ja nichts anderes, auch wenn ich mir seine Produkte angucke, was ich lustig finde, mit Rosvitas Beste. Das ist ja konstant solide Produkte, kein fancy Scheiß, der denkt sich nichts aus, der macht halt gefühlt das, was er früher auch irgendwie. Er verkauft halt Eiweiß. Ja. Der stellt sich auch noch hin und sagt, er verkauft keinen Weiß, sondern er stellt sich hin, er verkauft eine Tüte Eiweiß. Das hast du früher gesagt und das macht er. Genau, weil ich hatte zum Beispiel einen Podcast mit Sepp Maurer, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist einer der Top Athletiktrainer in Deutschland, der hat einen Gym, der, du kennst doch die Eisenhard Deadlift Challenge. Ja. Die ist in seinem Gym. Okay. in Sportschule Kinema. Und das auch so, wenn ich manchmal so diese Generationen angucke von den Elite-Sportlern, Elite-Trainern, das hat nochmal so einen anderen Vibe und dann ist es immer cool, wenn die das schaffen so zu transferieren für eine jüngere Generation, dass sie das wahrnehmen. Das mit der Eisenhard Challenge ja glaube ich so mit diesem Weltrekord, also geht es eigentlich nur darum, dass der Weltrekord gehoben wird. Und das finde ich ist dann immer noch so, okay, da geht es noch um den Sport. Und das habe ich bei Markus Rühr auch das Gefühl, es geht um Bodybuilding, es geht darum, nicht durchsichtig zu sein. Ja. Und das ist dann cool und nicht irgendwie, als würde es nur um Social Media gehen oder so. Ich erlebe genug, die gefühlt nur durchs Gym laufen dafür, dass sie einen richtigen Kamerawinkel haben. Ja. Nee, der Quatsch, das ist bei Markus nicht so. Der ist auch eigentlich in jedem Winkel relativ. Ja, der ist immer noch stabil. Der gehört übrigens zu der Kategorie Leute, die es offensichtlich nicht geschafft haben, sich davon zu trennen, wie sie optisch aussehen. Natürlich verdient er auch immer noch sein Geld damit, dass er immer noch so ein Brocken ist. Aber Markus Rühr, der sieht wirklich nicht gesund aus. Ja, dann waren wir jetzt bei den Testosteronen. Ich meine, es gibt ja noch weitere Steroide und Leistungssteiger in der Mitte. Es gibt im Leistungssport, also gerade im Kraftsport, natürlich auch noch diese Human Growth Hormon Geschichte, also HGH. Das ist ja ein Wachstumshormon. Vor allem findet im Bodybuilding, soweit ich weiß, aber auch statt. Ja, extrem. Gerade in den höheren Gewichtsklassen. Wir haben halt, alle Stoffklassen haben irgendwo so ihre Limitierungen und das ist auch bei Steroiden so, weil du hast nur eine begrenzte Anzahl an Androgenrezeptoren in deinem Körper, wo das Zeug andocken kann. Heißt, es gibt auch bei Steroiden einen Punkt, da macht mehr einfach, bringt nicht mehr Ergebnisse. Aber wir haben noch mehr Hormone im Körper, die dafür sorgen, dass Regenerierungsprozesse, Aufbauprozesse schneller stattfinden. Das eine ist Insulin, das andere ist HGH, also Human Growth Hormone und das dritte ist IGF-1, Insulin-Like Growth Factor. Das sind so die drei Peptid-Hormone, die ebenfalls quasi Wachstumsprozesse in Gang setzen und beschleunigen können. Und gerade so, wenn du von Open Bodybuilding redest, da fliegt alles rein. Also die maximieren halt quasi jeden Punkt, egal ob Training, Supplementierung, Essen. Die essen auch am meisten und halt auch am meisten Stoff. Deswegen gibt es auch keine, die noch größer sind, weil noch mehr kann man dann halt auch einfach nicht machen. HGH ist vom Nebenwirkungsprofil ganz anders als Steroide. Bei HGH hast du nicht das Problem, dass dir irgendwelche Blutfettwerte sich versauen oder hast keine Östrogen-Eigenschaften. Bei HGH ist das Nebenwirkungsprofil so. HGH ist eine Substanz, die dafür sorgt, dass dein Körper alle Substrate ins Blut abgibt. Zum einen findet dann quasi eine Lypolyse statt, also Körperfett wird freigesetzt. Deswegen hast du eine verbesserte Fettverbrennung auch auf HGH, aber gleichzeitig wird auch Glykogen wieder ins Blut abgegeben und dein Blutzucker steigt. Das heißt, bei HGH ist die größte Thematik, die entweder die Dosis dosiert oder quasi irgendwann erzwingt, dass man mit Insulin anfängt, gegenzuarbeiten, nicht Diabetiker zu werden. Also man versaut sich mit HGH, schnellt seine Insulinsensitivität. Sensitivität. Das ist zum Beispiel so ein Supplement, das findet sehr stark im Kraftsportbereich noch, also im Leistungskraftsport, Strongman, Powerlifting, Gewicht heben. HGH? Ja. Ja, weil du es faktisch nicht nachweisen kannst. Schlecht. Oder sehr, sehr schlecht. Also Tests für HGH sind unendlich teuer. Das finde ich mal sehr witzig, wenn bei der GmbF, das ist dieser Naturalbodybuildingverband, wenn die damit werben, dass sie halt Doping testen und ich weiß ja, da kommt es halt, die Jahresmitgliedschaft kostet 50 Euro und Eintritt kostet 10er. Viel Spaß. Wenn ihr da für 20 Athleten 5.000 Euro für einen Dopingtest ausgeben wollt, faktisch haben die gar nicht die Mittel dazu. Ja, HGH kannst du sagen, ist so ein bisschen der Multiplikator für Steroide. Je mehr HGH man nimmt, umso mehr Muskulatur hat der Athlet auch am Ende seiner Diät. Ist so. Und alles findet ein bisschen besser statt. Großer Faktor bei den Wachstumsfaktoren abhängig von den Steroiden. Ist immer so, dass andere Gewebetypen auch mit anfangen zu wachsen. Nasen, ja. Ohren. Also Nasen und Ohren. Die wachsen weiter, Hände wachsen weiter, deine Stirn, deine Knochen wachsen weiter. Das ist auf der einen Seite eine gute Sache, weil Muskulatur wächst normalerweise durch Steroide schneller, als sich dein passiver Bewegungsapparat anpasst. Also damit kann man so ein bisschen ausgleichen, dass man sich irgendwie auch schnell mal was abreißt, weil die Seen auch schneller mit wachsen. Auf der anderen Seite sind aber zum Beispiel das Tumorwachstum auch genauso beschleunigt. Man kriegt keinen Krebs durch HGH und man kriegt auch keine Tumore durch HGH. Das Problem ist, wenn du irgendwo einen hast, dann wächst das Ding auf einmal auch zehnmal so schnell. Und das kann halt, einen Tumor kriegt man nicht zwangsläufig schnell mit. Aber wenn das Ding auf einmal zehnmal so schnell wächst, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du es nicht rechtzeitig mitkriegst. Und das ist so ein großer Faktor bei HGH. Insulin ist die nächste Stufe an Peptiden. Die wird auf der einen Seite benutzt, um quasi die Nebenwirkung von HGH zu ja quasi abzuwenden. Also man benutzt Insulin, um kein Diabetiker zu werden. Das mag erst mal so ein bisschen abstrakt klingen, aber genau so ist es halt, um seinen Blutzucker im Griff zu behalten und die Bauchspeicheldrüse nicht zu überlasten. Insulin hat, wenn du es schlau benutzt, am wenigsten Nebenwirkungen von allen Hormonen quasi, hat nur eine ganz eklige Nebenwirkung, wenn du zu viel Insulin nimmst, stirbst du. Also Insulin hat eine ganz akute Nebenwirkung, weil wenn du nämlich maßlos unterzuckerst und das passiert, wenn man exogene Mengen Insulin zuführt, dann ist auch ganz schnell mal Ende. Ich habe einen Athleten von mir, der hat sich tatsächlich aus Versehen mal fast umgebracht mit Insulin, weil der hat eine Ampulle verwechselt, hat im Kühlschrank wollte sich L-Carnitin zum Indizieren greifen, was überhaupt keine schlimme Sache ist, einfach Bioverfügbarkeit höher, hat aber blöderweise sich eine Vial mit Insulin gegriffen und hat sich dann 100 Einheiten Insulin, kurz wirksames Insulin indiziert, also zum Vergleich, wenn Diabetiker eine Mahlzeit ist, dann indiziert er so drei Einheiten Insulin, und hat sich dann morgens nüchtern, hat auch nichts im Magen, also Blutzucker war sowieso schon niedrig, 100 Einheiten Insulin intramuskulär geschossen, weil das Karnitin landet normalerweise im Muskel und Insulin eigentlich im Bauchfett, was schlechter durchblutet ist, das heißt, es wirkt langsamer, intramuskulär wirkt das Zeug noch schneller und hat sich dann morgens indiziert und hat sich dann aufs Fahrrad gesetzt zum Kardio machen und ist leider auch einer meiner diszipliniertesten Athleten und dann hat er gemerkt, dass ihm schwindelig wird und hat aber trotzdem nicht aufgehört, weil er ist ja in seiner Vorbereitung, er macht jetzt sein Kardio und zieht durch, bis er da quasi vom Rad gefallen ist und Bewusstsein verloren hat, das geht dann auch blitzschnell. Aber war jemand da? Nee, und es war keiner da und er hat so Glück gehabt, weil nach 20 Minuten ist seine Freundin nach Hause gekommen, da lag er schon im Koma, die hat dann den Krankenwagen gerufen und hat mich angerufen, während der Krankenwagen gekommen ist und ich habe überlegt, was passiert sein konnte, weil ich wusste, dass er trainingsfrei hat, an dem Tag hat er auf jeden Fall gar kein Insulin konsumiert und dann ist mir, aus irgendeinem Grund wusste ich, dass er normalerweise Insulin in so stiften und ich wusste aber, dass der in so eine tausend Einheiten, das ist eigentlich so eine Ampulle, die man in so einer Insulinpumpe steckt, dass er so eine im Kühlschrank hatte und dann ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der vielleicht im Kühlschrank im Halbschlaf sich die falsche Ampulle gegriffen hat und das haben die dann zum Glück dem Notarzt sagen können und also der lag schon im Koma, der Notarzt ist rechtzeitig gekommen, hat es geschafft, ihn zu stabilisieren, der lag zwei Tage im Koma, meine größte Sorge war zu dem Zeitpunkt, weil man stirbt nicht direkt, man ist erst hirntot und meine größte Sorge war, dass der aufwacht und einen Hirnschaden hat und dann, keine Ahnung, also sehr gefährliches Zeug, das muss man wirklich doppelt und dreifach checken, was man da macht. Was ich weiß, HGH ist ja so ein Kraftfurt-Supplement auch in der Strongman und Gewichthebe-Gegend so durch diese, dadurch, dass mehr ins Blut gepackt wird, generell, dass es Blut mehr transportieren kann dadurch, hast du halt einfach so die Probleme, die viele auch haben, dass du so einschlafende Hände, Arme etc. bekommst, weil du einfach natürlich deutlich mehr Druck überall drauf hast und dann, es kann sehr unangenehm sein, habe ich gehört. Ja, also du hältst auch viel, viel mehr Wasser auf. Ja, du schwemmst auf, klar, du musst ja gegenarbeiten, aber ich finde es mal ganz interessant, weil jetzt einfach, dann gibt es ja noch das andere Geschlecht. Wie machen das denn, also, wie machen das denn Frauen? Ich denke, also, also generell, wenn bei Frauen genauso leistungssteigernde Substanz benutzt, wie sie auch bei Männern ist, ich glaube, dass die auch die Natur der Sache ist, die Natur des Menschen, irgendwie alles, alles ausreizen zu wollen, ist aber tatsächlich eine Sache, die, wo noch viel mehr Unfug betrieben wird, weil noch mehr Unwissenheit herrscht. Inzwischen, also ich wäre, ich habe es ja so ein bisschen salonfähig gemacht, in Deutschland überhaupt über Steroide zu reden, zumindest so in unseren breiten Kreisen. Das hat, würde ich schon sagen, gut dazu geführt, dass die Informationsdichte für Männer relativ hoch ist, also jeder hat die Chance, sich vernünftig zu informieren. Das ist bei Frauen noch ein bisschen anders. Und bei Frauen ist es so, die haben meistens ein männliches Umfeld, was stofft und an die wird sich dann auch irgendwie gewandt, wenn man nachhelfen möchte. Die Männer, die haben sich aber, mit Glück haben die sich mit sich selber mal ein bisschen beschäftigt, aber mit der weiblichen Physiologie haben die sich in der Regel überhaupt nicht beschäftigt und dann werden Frauen so behandelt wie kleine Männer und das führt dann ganz schnell zu miesen, miesen, miesen Nebenwirkungen. Bei Frauen, das, was die Männer in der Regel nicht so wahnsinnig stört, so androgene Nebenwirkungen, ein bisschen mehr Bartwachstum, eventuell fallen dir auch ein paar Haare aus oder das Gesicht wird ein bisschen männlicher, da freut sich der eine oder andere vielleicht sogar eher drüber. Das ist als Frauen natürlich ziemlich katastrophal, wenn dir auf einmal ein Bart wächst und die Haare ausfallen und deine Stimme tief wird, ist als Frau eher doof. So sieht es bei Frauen aus. Prinzipiell können Frauen auch Nebenwirkungsmanagement betreiben, so gut es geht. HGH, Insulin, IGF-1, Peptide sind alles Hormone, die man dem Körper zuführen kann, ohne Geschlechtshormone zuzuführen, ohne quasi Vermännlichung hervorzurufen. Problem ist aber auch da, die Sachen ohne Steroide als Multiplikator sind auch in ihrer Wirkungsweise halt irgendwo eingeschränkt. Also du landest nicht in der Bodybuilding-Klasse bei Frauen, ohne Steroide anzufassen. In anderen Sportarten wird glaube ich viel mit Peptiden nachgeholfen. Wahrscheinlich auch so im Crossfit auch. Im Crossfit wundert mich das glaube ich sehr, weil da sind sehr viele Frauen mit viel Muskulatur, die trotzdem noch irgendwie weiblich aussehen, mehr als im Bodybuilding. So. Und HGH sind halt auch die Dinge, die schwieriger nachzuweisen sind. Also ich denke im Crossfit ist das eine große Thematik. Solange in einem Sport nicht die VADA testet, nicht die weltweite Anti-Doping-Agentur, werden die niemals das Budget haben, flächendeckend Proben einzufrieren, zu lagern über Jahre und dann flächendeckende Tests zu machen, wenn die die testen ja oft sehr verzögert, damit die Labore Zeit haben. Also es ist ja einfach auch ein großer Kostenfaktor. Und in diesen Sportarten und Crossfit ist letztendlich der extremste Kraftausdauer, Extremsport von allen. Und da werden ja auch jedes Jahr noch genug getestet, die dann aus Südamerika noch nicht ganz so gut wissen, wie man das macht. Vor allem in Südamerika fliegen viele auf, die haben ja auch einen ganz anderen Supplement-Umgang, würde ich sagen. Da kriegst du es ja in jeder Apotheke einfach, da ist es ja nicht so wie bei uns, dann Betäubungsmittelgesetz etc. Durch das Arzneimittelschutzgesetz haben wir in Deutschland ja krasse Regularien. Ist auch nicht so schlecht, dass wir medizinische Präparate hier ein bisschen reglementieren, auch so Sachen wie Schlaftabletten und so. Aber im Crossfit gebe ich dir Brief und Siegel, genauso wie im Gewichtheben und im Powerlifting und in jedem Sport, wo jemand besser werden will und im Radsport und im Rennsport. Klar. Wenn man Leistung steigern will und man gewinnen will, wird immer jemand die Abkürzung suchen und wenn er bereit ist, das Risiko einzugehen, würde er es auch finden. Und das Problem ist ja auch, dass du auf hohem Level dann auch wahrscheinlich einfach ohne gar nicht mehr mithalten kannst. und dann bist du quasi auch dazu gezwungen, das zu machen, wenn du ganz oben mitspielen möchtest. Und ich glaube, es gibt auch da halt natürlich die Supertalente, also beispielsweise jetzt 100-Meter-Sprint, Usain Bolt. Ich glaube nicht, dass der nachgeholfen hat. Ich glaube, der war einfach physiologisch das Jahrhunderttalent und daran orientieren sich aber halt andere. Es wird immer so ein, also ich glaube auch ein Chris Bumstead, also klar, der muss natürlich nachhelfen, aber die Art und Weise, wie er auf Training reagiert, wie er aussieht, und welche Form und Physik er erreicht. Ich glaube, da müssten andere sehr viel mehr reinpumpen und sie würden immer noch nicht so aussehen. Chris Bumstead ist ein sehr gutes Beispiel, weil, guck mal, der kommt aus dem Open Bodybuilding. Als der Amateur war, ist der schon in der offenen Klasse gestartet. Also der hat faktisch vor zehn Jahren als Amateur hatte der schon genauso viel Muskulatur, wie er sie jetzt hat. Das heißt, die Menge Steroide, die er jetzt die ganze Zeit fahren muss, um im Endeffekt die Menge Muskulatur zu halten, die er bereits hat, die ist auch gar nicht mehr so wahnsinnig hoch, weil der gehört nämlich zur Kategorie, der muss Status Quo halten, weil der hat ein Gewichtslimit. Der ist sonst zu hoch. Was ist das obere, 105 Kilo auf der Bühne? Nee, der darf schon 111 oder so wiegen auf die Körpergröße, aber der darf faktisch gar nicht mehr Muskulatur aufhören. Das wird bemessen auf die Körperhöhe, das heißt, es gibt dann so einen Schnitt, dass jemand, der kleiner ist, darf weniger wiegen. Genau, Körpergröße minus 100 Mal. Wie groß ist der? 1,85? Ja. Der ist relativ groß. Für ein Bodybuilder ist der sehr groß. gutaussehender Typ. Hat auch noch eine hübsche Fresse dazu, deswegen verkauft er sich so. Haar hat er auch wieder? Haar hat er auch. Nee, aber faktisch muss der nicht mehr so viel Stoff nehmen beziehungsweise bringt ihm nichts was und nützt ihm das jetzt in der offenen 10 Kilo Muskeln aufzubauen, die er in der Diät wieder verlieren muss, weil er hat sonst faktisch sein Gewichtslevel. Ich glaube auch nicht, dass der den Fehler machen wird, nochmal die offene zu versuchen. Nein, auf gar keinen Fall. Mich wundert, dass der überhaupt jetzt noch ein Jahr Bodybuilding macht. Er ist nämlich auch jemand, der aus seinem Privatleben auch noch ganz gut im Griff hat. Sehr gutes Beispiel eigentlich für Bodybuilder, weil der vermittelt irgendwie auch so, dass es auch noch was anderes gibt als Bodybuilding. Der vermittelt gute Werte. Ja. Ist sehr reduziert, trainiert in seinem eigenen Gym die meiste Zeit, lädt sich andere Leute ein. Der macht das schon sehr stark. Ja, er macht das sehr gut. Und dann bei den Frauen, ich meine, die androgenen Nebenwirkungen sind ja so das härteste für die Frauen. Genau. Also bei Frauen ist das Nebenwirkungsmanagement anders. Die Männer, die versuchen nicht früher zu sterben oder das irgendwie rauszubringen. Und später nochmal einen hochzukriegen. Genau. Bei Frauen dreht sich fast eigentlich alles drum, so wenig vermännlichende Nebenwirkungen zu haben. Das ist das Problem. Da gibt es einfach sehr viele falsche Informationen online. Oftmals der größte Faktor bei Frauen ist die Länge, die man sich Steroiden aussetzt. Gar nicht unbedingt so die Höhe. Das Problem ist, Frauen, die nehmen halt dann auch irgendwie 20 Wochen am Stück irgendein Steroid, was für Frauen entwickelt wurde, was in der Theorie nicht so schlecht ist. Aber praktisch, wenn man das sechs Wochen nimmt, ist das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Aber wenn du 20 Wochen das nimmst, weil das ist das eine, was passiert, das sind die Andogene, die du zuführst. Auf der anderen Seite senkst du aber auch gleich deinen Östrogenspiegel. Frau ohne Östrogen, auch blöde Idee. Warum kriegt die Oma auf einmal Haare auf dem Bart, auf der Oberlippe? Selbes Prinzip, warum dem Opa Titten wachsen und die Oma auf einmal Haare im Gesicht kriegt. Da liegt ja nicht dran, dass die auf einmal anfängt Pesto zu nehmen, sondern bei der sinkt im Alter der Östrogenspiegel und das sorgt schon für einen Haufen androgener Nebenwirkungen, weil das Verhältnis nicht mehr stimmt. So, und wenn du dir als Frau auch nur die kleinste Menge Steroide zuführst, killst du dir oftmals deinen Östrogenspiegel komplett und das machst du dann für 20 Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Dementsprechend bei Frauen werden grundsätzlich diese Stoffklasse, die ich vorhin angesprochen habe, diese DHT-Derivate, die auch für Frauen entwickelt wurden. Das sind die Steroide, die eingesetzt werden und da versucht man halt so wenig wie möglich in der Regel zu benutzen. Die meisten sind halt nicht schlau und nehmen halt einfach mehr. Ich sage mal so, die Kunst als Frau ist es nicht, Muskulatur aufzubauen auf Staub, sondern die Kunst ist danach auszusehen wie eine Frau. Ja, also als Frau muss man noch viel, viel, viel ehrlicher mit sich selber sein und so der Versuchung quasi widerstehen, dass wenn da Muskelaufbau und alles gerade wahnsinnig gut läuft, aber anfangen Nebenwirkungen aufzutreten, dann halt auch tatsächlich vom Gast zu gehen und aufzuhören. Aber das fällt Frauen oft sehr schwer. Wenn die Wangenknochen erstmal gewachsen sind und die Stirn sich verändert, dann geht es nicht mehr so gut zurück. Ne, also wenn tatsächlich Knochen wachsen, aber das passiert eigentlich nur auf HGH und sehr hohen Mengen. Aber Stimme ist ja so ein bekanntes Zeichen. Haare, ich finde es inzwischen sogar sehr erschreckend, weil irgendwie gerade so Bikini-Klasse und Wellness-Klasse, das ist so diese Bikini-Mädels mit einem super dicken Arsch, also in der Wellness-Klasse, die haben schon richtig viel Muskeln. Das wird noch irgendwie so als weiblich verkauft, aber die haben faktisch so viel Muskeln im Unterkörper wie Bodybuilderinnen, die trainieren halt nur oben nicht. Und da gehört schon richtig viel Stoff dazu und wie viele Mädels da zugreifen, weil sie so diesem Schönheitsideal hinterher rennen und dann auch innerhalb von zwei Wochen entscheiden, ja, das ist mir egal, ob meine Stimme abkackt. Und ich denke mir so, boah, okay, das ist dir vielleicht für die nächsten fünf Jahre egal, aber vielleicht machst du danach auch den Sport nicht mehr und willst eine Familie gründen und willst du dein restliches Leben wie eine Vogelscheuche rumrennen? Weil das geht eben nicht mehr weg. Und irgendwann wirst du nicht mal diesen riesen Arsch und die riesen Beine haben, mit denen du dich jetzt irgendwie identifizierst und deine Weiblichkeit, die du hier eigentlich hervorheben willst, die geht auf Dauer auf jeden Fall flöten. Egal wie viel Hyaluron und Botox du dir ins Gesicht spritzt, spätestens wenn die Haare weg sind, ist am Arsch. Das ist crazy. Ich habe ja nicht so die weibliche Perspektive. Wir sind ja beide Männer. Aber mir ist persönlich sehr wichtig, ich werde sehr viele Podcasts machen mit Bodybuildern, mit Kraftsportlern, vielleicht hoffentlich auch mit Kraftsportlerinnen, Bodybuilderinnen. als erste Episode über diese Themen gesprochen zu haben, ist ganz gut, weil es einfach so ein Riesenpunkt ist, über den man schon mal gehört haben sollte, weil fast jeder, der nicht mehr so ganz normal aussieht, ist relativ schnell an so einer, also nicht mehr ganz normal, jeder, der über 130 Kilo wiegt, als Mann, kommt da sehr schwer hin mit Muskeln, ohne, egal welcher Sport hat. Also ich kann mir das, ich habe jetzt für, ich hatte schon immer so viele Muskeln wie jetzt, hat sich natürlich ein bisschen verändert, es wurde ein bisschen besser, aber so richtig mehr haben war immer sehr unangenehm. Also einfach auch vom Training her, du wirst einfach, du wirst halt exponentiell mehr lethargisch. Du kannst dich einfach nicht mehr bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, was wiegst du jetzt, 120? Ich wieg immer noch 130. 130? Aber fetter. Aber das meine ich mir, das ist angenehmer, als 130 Kilo Muskeln zu haben. Und wenn du, wenn es dann darum geht, ich meine, den Sportarten geht es ja darum, am Ende auf die Bühne zu gehen. Diese ganz niedrigen Prozente im Körperfeld, also so, ich meine, so ganz oben, Ronnie Coleman war ja immer absurd, der hatte ja gefühlt nichts mehr. Nee. Aber diese niedrigen, also wenn man auf die Bühne will, kommt man natürlich mit Enhancement, auch einfach zu niedrigeren Körperfettanteilen. Das würde ich nicht sagen. Nee. Also die Naturalbodybuilder sind oftmals die härteren Athleten. Die haben, auf der Bühne, wie viel Prozent Körperfett hat man da? Boah, also die guten Nettis 4%. 4%. Und 4% ist eigentlich, dass es dann darunter ist. Es gibt immer Leute, die behaupten, sie hätten 2% Körperfettarbeit. Ronnie Coleman hat, er hat immer, er hat in einem Interview, 0,5% hat er mal gesagt. Nee, er hat bei Joe Rogan gesagt, er hatte einen negativen Körperfettanteil. Also der hat, das habe ich auch gehört, also der hatte 3% oder so, der war ja immer, und der hatte generell ja eine sehr gute Voraussetzung dafür, wie ich Körperfett zu haben. Und der hat ja gefühlt, dass er in der Off-Season ja 7% oder so. Ja, der ist nie fett geworden. Aber wenn jetzt der, in diesem Diätprozess, da werden ja die Nebenwirkungen dann eigentlich eher extremer, oder? Genau. Also es werden auch generell in der Wettkampfvorbereitung, in der Diät werden mehr Steroide benutzt als im Aufbau. Man muss mal so sehen, wenn das Ziel ist, die Muskulatur aufzubauen, du bist sowieso schon im Kalorienüberschuss, dann ist der limitierende Faktor oftmals gar nicht, ist meine Proteinsynthese jetzt so wahnsinnig hoch, sondern eher, was kann ich regenerieren, wie viel kann ich essen und so weiter. Da ist das Bottleneck oft nicht die Menge an Steroiden. In der Diät, wo du dich in einem Defizit bewegst und vielleicht trotzdem sogar noch Muskulatur aufbauen möchtest, und das ist nicht ungewöhnlich bei unterstützten Bodybuildern, und vor allen Dingen auch deine Muskulatur auf jeden Fall halten möchtest in einem hohen Defizit, werden viel mehr Steroide konsumiert. Das führt schon mal dazu, dass du dich deutlich beschissener fühlst in der Wettkampfvorbereitung und zum Ende von der Diät, und das ist immer Ausnahmezustand. Ja. Habe ich die Frage verpasst? Nee, nee. Okay. Nee, ich überlege gerade nur, für mich selbst, weil es gibt so Erscheinungen in den Diäten, die mir sehr oft auffallen. Das eine sind Muskelabrisse, gerade in den größeren, in den Enhanced-Klassen, wo ich sehr viel erlebe, okay, gefühlt reißt sich, also Chris zum Beispiel, der hat sich ja gefühlt jedes Jahr irgendwas abgerissen. Dieses Jahr war es, glaube ich, Hamstring oder so. Zwei Jahre davor Bizep, oder nee, oder war es dieses Jahr irgendwie so. Dieses Jahr war es, glaube ich, vorletztes Jahr war es Bizep. Ich weiß nicht, ob er sich diesmal verletzt hat. Kennst du Nick Walker? Ja, ja. Der hat sich dieses Mal den Beinburger abgerissen. Genau, dann war es die Kategorie. Ich verfolge es jetzt auch nicht so crazy, aber es passiert aber viel zu viel Sport auf der Welt, um alles zu verfolgen. Quatsch. Aber jetzt ist ja wahrscheinlich dieses Trenn-Thema. Was eigentlich dieses Trennen? Also wir haben ja ein paar Kategorien an Steroiden aufgesprochen und es gibt halt auch einfach eine Menge an Steroiden, die wurden nicht für Menschen entwickelt. Tremolone ist tatsächlich eine Ausnahme. Das wird jetzt noch für Rinder benutzt. Das kam ursprünglich mal aus der Humanmedizin, aber da wurde das nur ganz, ganz kurz benutzt. Das ist auf jeden Fall kein Hormon, was dem körpereigenen Hormon sehr ähnlich ist. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass das halt auch eine relativ starke Wirkung hat. Es wirkt extrem anti-katabol. Gar nicht so, nicht viel anaboler als das andere Steroide tun, vielleicht so 10% oder so. Also dieser Mythos, dass man unendlich viel Muskulatur auf Trennen aufbaut, ist genau das, ein Mythos. Aber es hat halt in der Diät ein krasses Einsatzgebiet, weil es faktisch einfach dazu führt, dass du in einem sehr hohen Kaloriendefizit einfach keine Muskulatur verlierst. So, senkt gleichzeitig noch deine Kortisolwerte. Also es dockt auch noch mit an die Cortico-Steroid-Rezeptoren mit an. Und deswegen, und es sorgt dafür, dass du so ein, der Look auf Trennen verändert sich einfach. Du kannst irgendwie, du kriegst ein bisschen rundere Schultern, der Look der Haut verändert sich. Es hat dazu geführt, dass das irgendwie so das Standard-Geroid in der Diät geworden ist. Inzwischen gibt es Leute, die benutzen nur Testo und Trennen, egal wann, weil die sich einfach immer geil darauf fühlen. Und daraus ist so irgendwie so dieses Meme entstanden. Das ist Schwachsinn. Könnte man dieses Meme kommt, wo Urs tanzt. Ja, also das ist Quatsch, weil, du musst dir mal überlegen, faktisch haben die Bodybuilder in den 90er Jahren, die haben nicht weniger Muskulatur gehabt als jetzt. Und da gab es keinen Trend. Ja, haben die das nicht benutzt. Also, es baut nicht mehr Muskulatur auf und du hast immer noch diese Begrenzung, du hast halt einfach nur x Menge Androgen-Rezeptoren. Wenn die voll sind, sind die voll. Dann ist auch egal, ob du mehr Testo oder mehr Trennen oder mehr sonst was nimmst, da passiert einfach nichts mehr. Aber in der Diät ist das tatsächlich Standard. Wird sehr inflationär benutzt, also die Wunderwaffe für dieses extremen Muskelaufbau war wahrscheinlich HGH Insulin. Ja, ja, und vor allem die Menge an hochqualitativ verfügbarkeit. Es ist sehr witzig, ich kann dir sagen, also, wie du das Maximum aus Bodybuilding rausholst neben Genetik, Training und Ernährung, ne, ist es einfach so, du nimmst zwischen zweieinhalb und dreitausend Milligramm Steroide, das, was du am besten abkannst, darüber bringt es einfach nichts mehr. Pro Woche. Pro Woche, ja, und das ist das, was die letzten 20 Jahre auch bei allen guten Bodybuildern passiert ist, du nimmst so viel HGH, wie du dir leisten kannst, weil HGH ist nämlich der limitierende Faktor, der Kostenfaktor in der Regel, da reden wir mal schnell von ein paar hundert Euro am Tag und du nimmst so viel Insulin, dass du nicht stirbst. So, das ist Profi-Bodybuilding, das beschreibt und dann gibt es halt, der eine kommt mit ein bisschen mehr Testo gut klar, der andere kommt mit ein bisschen mehr Primobolan gut klar, aber im Großen und Ganzen ist das Bodybuilding. Du nimmst so viel Steroide, dass du darauf noch trainieren kannst, schlafen kannst und überleben kannst und hoffst am Ende, dass du auf der Bühne so gut aussiehst, dass es dir was gebracht hat. Oder halt auch nicht. Also wie gesagt, das sind halt so die limitierenden Faktoren. Bei Steroiden, das ist die Anzahl der Androgenrezeptoren, mehr zu nehmen, kannst du, bringt halt einfach nichts. HGH ist oftmals der Kostenfaktor. Klar, der kann auch limitierender Faktor sein, du kannst dich nicht mehr bewegen, weil du so viel Wasser gezogen hast und die Hände wehtun, aber oftmals ist das der Faktor. 90% der Bodybuilder in den ganz großen Klassen haben sich ihr Kapal-Tunnel operieren lassen, damit eben diese Problematik nicht mehr auftaucht und dann kannst du auf einmal auch 20 Einheiten HGH nehmen. Ob das dann so viel besser ist für die Gesundheit? Aber genau darum geht es ja am Ende nicht. Also das muss man ja am Ende dann ausgeschlossen haben. Oder ich bin mir nicht so sicher, wie viele es wirklich verstehen, die damit anfangen. Aber spätestens, wenn man das, glaube ich, durchgemacht hat, hat man dann eine andere Perspektive darauf. Und dafür kommen dann letztendlich auch die meisten zu dir im Coaching. Ja, nee. Also ich bin der, ich betreue fast nur noch Profis. Okay. Ich habe die meisten Profiathleten in Deutschland, die ich betreue. Und die Leute, die zu mir kommen, ich suche mir meine Leute eigentlich nur noch aus. Und ich habe fast nur Athleten, in denen ich wahnsinnig viel Potenzial sehe, wo ich einfach gemerkt habe, dass vorher sehr viel schief läuft. Ich habe inzwischen einen guten Ruf dafür, dass die Athleten bei mir deutlich weniger Stoff nehmen, als sie es vorher genommen haben. Aber halt mal ihren Rest in den Griff kriegen. Denn gerade die Athleten mit sehr guter Genetik, ja, und das ist leider so, die kommen unfassbar weit mit unfassbar viel Scheiße. Ja, also ich habe Profis schon bei mir gehabt. Da dachte ich, wie zur Hölle hast du denn du das geschafft, Muskeln aufzubauen? Du kannst überhaupt nicht trainieren. So. Ne? Und da sehe ich dann eher meine Aufgabe. Stoff gehört dazu. Ne? Und das ist auch so, wie ich es eben angesprochen habe. Aber oftmals sind genau das die Charaktere, die haben so viel Scheiße gebaut und sehen trotzdem so gut aus. Wenn du bei denen den Rest optimierst, dann geht es denen, dann funktionieren die auf einmal besser, weil die viel weniger Nebenwirkungen vom Stoff haben. Aber auf einmal haben die ihren Schlafmann im Griff. Ich habe einen Athleten, Enrico Hoffmann, ja, ist letztes Jahr einer, ja, ist einer der besten Bodybuilder gewesen. Der hat bei mir 10 Kilo Muskulatur nochmal auf dem Level aufgebaut und ist von der 2.12 in die offene Klasse. Das habe ich verfolgt, das habe ich mitbekommen. War in dem Jahr der beste deutsche Open Bodybuilder, den wir hatten. Und ich sage dir, der hat bei mir weniger Stoff genommen, als er es vorher genommen hat. Der größte Change bei dem war, dass der eine C-Pap angefangen hat zu benutzen. Dass der auf einmal seinen Schlaf in den Griff bekommen hat und auch einmal nachts atmen konnte. Eine Apno-Maske. Genau. Und dann konntest du dem zugucken, wie der gewachsen ist. Und das ist, nachher ist das viel eher, wir kochen alle mit Wasser, wir benutzen alle dieselben Steroide, ja, da geht es ein bisschen ums Nebenwirkungsmanagement, aber das ist nicht mehr die Kunst. Nachher ist die Kunst, bei extrem guten Athleten zu gucken, was stimmt denn neben den Steroiden nicht und das zu optimieren. Und da sehe ich mich viel eher inzwischen. Genau. Eine ganz große Nebenwirkung bei allen schweren Sportarten ist, dass die durch das hohe Körpergewicht einfach ein Problem bekommen mit der Sauerstoffsättigung über Nacht, dass viele von denen eine Schlafapnoe bekommen, dass die Atemaussetzer in der Nacht haben. Das heißt, relativ viele schlafen mit einer Sauerstoffmaske, mit einer Druckmaske. Ja, es schlafen viel zu wenig mit einer Druckmaske, aber es bräuchten extrem viele Bodybuilder. Du hast, zum einen ist es das Körpergewicht und auf der anderen Seite hast du auch das Problem, dass im Schlaf dein Muskeltonus erschlafft und dann liegt halt auch dein ganzes Gewicht, selbst die Muskulatur im Hals und so, das liegt alles drauf und blockiert deine Atemwege. Und dadurch kommen auch viel Peripheriestörungen zustande. Extrem. Also Peripheriestörung ist im Endeffekt in dem Fall, dass dir die Hände einschlafen. Hände, Unterarme, das gibt es, also es gibt ja Forakic Outlet Syndrome, das gibt es ja auch noch in komprimierender Form. Das haben normale Menschen leider auch, aber wenn man halt exponentiell den Körper schindet und dann noch nachhilft, dass man den noch weiter schinden kann, dann sind natürlich all diese Probleme einfach nochmal nicht mal 10, sondern eher mal 100 oder... Thema Blutdruck haben wir überhaupt nicht angesprochen. Eine der allerhäufigsten Nebenwirkungen von Steroideinnahme ist Blutdruck und da gibt es mehrere Ursachen für. Das eine ist natürlich einfach das Körpergewicht, was mit dir rumschleppst. Das andere ist, dass du die Bildung von roten Blutzellen erhöhst und der Sauerstofftransport somit quasi höher ist und dann wird das Blut dicker, dein Himmatokrit steigt und das Herz muss mehr pumpen, um das durch den Körper zu kriegen. Aber auch Schlafapnoe ist ein wahnsinniger Risikofaktor für Bluthochdruck, weil nämlich im Schlaf eben die Sauerstoffsättigung sinkt und der Körper versucht quasi mehr Sauerstoff zu produzieren, mehr rote Blutkörper werden produziert und teilweise habe ich Athleten, die sind zu mir gekommen, die haben einen Himmatokritwert von 58 gehabt. Das ist also mehr als die Hälfte deines Blutes, das besteht aus roten Blutkörperchen, dann ist das, wenn du dem in den Arm schneidest, das tropft da so runter, das bleibt dran, das tropft nicht mehr. Das ist so, als ob der flüssige Gummibärchen in seinem Blut hat. Das kann Blut abnehmen, kann da richtig schwer werden, weil das Blut so dick ist. So was wird auch besser. Wenn man vernünftig schlafen kann. Wenn man vernünftig schlafen kann. Woran merken das die meisten, dass sie damit Probleme haben? Also ich meine, die meisten, also ich bin ja nicht so schwer. Wie ist es bei dir selbst? Du bist ja auch nicht so leicht. Nee, aber auch eine Sache, also als ich 130 Kilo gut in Form gewogen habe, war Schlafen viel schlimmer, als es jetzt ist. Also auch mit mehr Muskulatur. Also ich meine, wenn ich hier ein bisschen was habe, das beeinträgt sich mein Schlaf jetzt nicht so wahnsinnig doll, wie wenn die auch immer hier oben so Titten hängen. Na, du kriegst über mehrere Wege mit. Leichten Bluthochdruck kriegst du in der Regel nicht mit. Mit leichten Bluthochdruck geht es dir in der Regel immer ganz gut. Allerdings lasse ich zum Beispiel alle meinen Athleten Blutdruck messen, mindestens einmal in der Woche. Also das hast du schnell raus. Die haben dann so, die machen das selbst. Ja, einfach eine Manschette. Ich meine, Blutdruck kann man easy messen. Und sollte man auch, gerade wenn man in der Ausziehung mal 20 Kilo zunimmt, ist man völlig dämlich, nicht regelmäßig seinen Blutdruck zu checken. Ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit Bloodflow Restriction Training. Das heißt, ich messe meinen Blutdruck, ich steigere meinen Blutdruck quasi bewusst täglich. Ja. Okay, damit du den richtigen Druck für die Ängste hast. Okay. Genau, den misst man ja auch in Millimeter Quicksil. Ja. Quicksil, sorry. Das ist Punkt 1, Blutdruck messen. Da muss man natürlich ein bisschen auf die Ursachen Forschung gehen. Punkt 2 ist, ich lasse alle meine Athleten regelmäßig Blutbilder machen. Im Blutbild siehst du einfach, wie hoch ist dein Hämatogrid, wie hoch sind deine Erythrozyten. Ja. Und dann Punkt 3, ja, was hat der Athlet gerade intus, was machen wir gerade? Und es gibt natürlich einfach ein paar Dinge, die das begünstigen. Es gibt auch Steroide, die damals verschrieben worden sind für Blutarmut. Also es gibt Steroide, die quasi so gezüchtet oder so chemisch verändert wurden, dass sie gerade dafür gemacht sind, um mehr rote Blutkörperchen zu produzieren. Super für die Ausdauerleistung. Die Ausdauersportler kennen es mit EPO, das ist genau das. Aber auch so Dinge wie Oxymetolon ist im Endeffekt dafür entwickelt worden. Insgesamt kann man also sagen zu Enhancement, man sollte es schon lieber lassen. Definitiv sollte man es lassen. Es sei denn, man ist sich der potenziellen Risiken, langfristigen Risiken halt sehr bewusst. Das ist glaube ich immer der limitierende Faktor. Ist man sich dessen wirklich bewusst? Viele junge Menschen, die damit anfangen. sagen, ich meine, was hat man denn mit Anfang, Mitte 20 schon erlebt? Ja, und vor allen Dingen, es ist mit Anfang 20 auch leichter zu sagen, ich scheiße auf 10 Jahre meines Lebens, als mit 60 zu sagen, oh, jetzt habe ich auf 10 Jahre meines Lebens geschissen, vielleicht habe ich nur noch 5. So. Also, da haben wir wieder Thema geistige Reife. Aber, die Leute, die sich in den Kopf gesetzt haben, werden wir trotzdem auch in Zukunft schwer davon abbringen können. Aber, wenn ihr damit klarkommt, keinen Stoff zu nehmen, dann solltet ihr das auch auf jeden Fall nicht machen. Ich komme damit noch ganz gut klar. Wer weiß. Ich habe gerade nur den Gedanken im Kopf gehabt, dass es eine adäquate Gegenbewegung ist zu Body Positivity. Stoff nehmen ist mehr oder weniger einfach Gesundheitsnegativity. Ja, klar. Mit einem kurzfristigen oder mittelfristigen Benefit, dass man, das ist, das nervt mich tatsächlich. Inzwischen wird halt so viel diese THT, HGH Scheiße verkauft als gesundheitsfördernd. Ja, aber das ist immer nur so dieser Deckmantel unter, wir haben eigentlich eine Ausrede, jetzt Stoff zu nehmen. Ich hatte jahrelang einen Kunden, einen PT-Kunden, der mit einer Selbstverständlichkeit mir permanent erzählt hat, hey, ich würde eigentlich gerne noch das hier ausprobieren und so dieses Social Media geinfluenzt, was andere denn nehmen und dann natürlich mit einem irgendwie Sexual Attraction irgendwie findet er das geil und so und das war halt so, ich habe mir so, ey, können wir, also, nein, reicht, also, es reicht einfach, du musst nicht und es bringt nichts und du, du wirst leider nie so aussehen. Ja. Also, also dafür trainierst du auch einfach zu wenig und das ist nicht dein, der Lifestyle, du findest den Lifestyle cooler, als es ist, den Lifestyle zu leben, denke ich. Hast du bei vielen. Warum greifen so viele Leute zum Stoff? Weil die einfach irgendwie den Shortcut haben wollen. Viele Leute greifen zum Stoff, dann denken sie, sie müssen sich nicht so oft trainieren. Ja, irgendwie falsche Herangehensweise. Ja, man trainiert, man trainiert damit nicht mehr, man trainiert damit nicht weniger, man hat aber natürlich eine höhere Leistung und Muskelwachstum entsteht ja letztendlich dann durch Spannung im Muskel und durch die Anpassung auf Spannung und du erzählst natürlich eine höhere Spannung durch höheres Gewicht. Ich meine, ganz wichtig, ich finde, der allerwichtigste Faktor ist, dass du dich tatsächlich damit auseinandergesetzt hast, was du deinem Körper antust und dass du die geistige Greifen mitbringst und ich finde, dann kann das jeder für sich selber entscheiden, egal was dein Ziel ist. Ich finde, weil das kommt hier glaube ich so ein bisschen falsch rüber, ich finde zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, mit weniger Aufwand einen Körper XY zu halten, ja, sagen wir mal, du hast einen extrem stressigen Alltag, du bist ein absoluter High Performer in einem Business und willst aber trotzdem mit einem überdurchschnittlichen Körper durch die Gegend rennen, schaffst du es trotzdem nur zweimal die Woche zum Training. Wenn du dir aller Faktoren bewusst bist, dann finde ich, ist das trotzdem legitim, das zu machen, vielleicht mit einer THT und ein bisschen HGH plus durch die Gegend zu rennen, das geht dir damit besser und wenn du weißt, okay, vielleicht opferst du ein paar Jahre deines Lebens, aber hast du für ein schöneres Leben, finde ich, ist das völlig okay, ist genauso okay wie der 120 Kilo Bodybuilder, der sich dazu entschlossen hat, das ist sein absoluter Traum, einmal sich in der Unterhose eingeölt auf die Bühne zu stellen, ja, who am I to judge, ist das das schlauere Ziel, so, finde ich, das ist Quatsch, aber wichtig ist halt, dass die Leute sich vorher wirklich im Klaren sind darüber, was sie tatsächlich machen. Und mit diesen naturalen Bodybuilding-Klassen hast du Zweifel? Also ich kenne tatsächlich ein paar von den Top-Protagonisten jetzt hier in der deutschen Szene, denen kaufe ich allen ab, dass die 100% natural sind, aber da gibt es halt genauso schwarze Schafe, ich finde es immer nur lustig, wenn halt behauptet wird, dass bei denen so viel getestet wird, weil es faktisch gar nicht machbar ist, das heißt nicht, dass die alle auf Stoff sind. Wie gesagt, du gehst sogar davon aus, dass ein Usain Bolt nicht nachgeholfen hat, genauso bin ich auch sehr... Weil ich mir gut, also der wird in so einer Frequenz von der VADA getestet worden sein, der wird, die VADA ist, wie die testen, ist ja crazy, die rufen, die stehen morgens, also du musst jeden Tag deines Lebens angeben, wo du schläfst. Und die stehen morgens um vier, klingeln die bei dir Doping-Tests. Ja. Also, wie gesagt... Das in den Sportarten würde ich sogar sagen, okay, und dann kann man sagen, okay, dem würde natürlich sowas wie HGH, das würde, das bringt in diesen Sportarten bringt das schon sehr, sehr viel. Aber die testen ja auch mit allen Möglichkeiten der Welt, weil da geht es um den, also da geht es um den sozial wichtigsten Sport und das sind die Olympischen Spiele. Und das ist halt bei diesen Sportarten was anderes als beispielsweise selbst beim Olympischen Gewicht heben, wo wir ein systematisches Doping-System haben, wo jeder weiß, dass gedopt wird und dass da, wo auch schon aufgedeckt wurde, wie das, wie das umgangen wird und trotzdem wird dann ein Lu Zha Zhu, einer der erfolgreichsten chinesischen Gewichtheber aller Zeiten, Wettekontalter, wird positiv getestet auf EPO. Ja. Wo ich mir denke so, ja macht schon Sinn, klar. Warum macht EPO beim Gewicht heben? Eine Regenerationsfähigkeit. Ah, okay. Aber das wird auch nur so, das wird wieder nur so vorgeschoben, ach der dopt ja gar nicht anabolisch Steroide. Ja, haben sie ihn halt nicht erwischt. Ich meine, überleg mal, der hat Clean & Jerk mit 71, mit 73 Kilo im Körpergewicht 206 Kilo und der war da schon über 30, also du, und dann hast du jetzt, du hast einfach Gewichtheber, der eine aus, ich hoffe, es ist an den Moldawien. Wenn du denkst, er macht einen Deadlift und dann cleanet er das. Es gibt, es gibt einen, ich glaube, es ist Moldavia, der ist 19, er sieht aus wie 40. Er sieht ungelogen aus wie 40, hat keine Haare mehr, so ein Typ, also die sind ja in den Super Heavyweights natürlich auch sehr schwer und dann weißt du, okay, also die meisten Gewichtheber beispielsweise werden irgendwann positiv getestet mit 13 und 14, dann sind die vier Jahre gesperrt und dann kommen die mit 18, 19 wieder und heben dann als Junioren Weltrekorde, die dann fast schon an die Erwachsenen sind. Weißt du so, weil sie nicht getestet werden, während sie gesperrt sind? Und dann wahrscheinlich werden die dann in irgendeinem Trainingslager in Armenien irgendwo versteckt, so, weil die sind ja nicht mehr gelistet, dann, also es ist am Ende natürlich im Sinne des, das ist ja was anderes als Bodybuilding, Bodybuilding ist ja so gesehen kein olympischer Leistungssport, dass du Wert miteinander vergleichst und es ist ja eher, also für mich ist Bodybuilding eher eine Kunstform, du baust ja eine gewisse Optik. Es ist so ein Schönheitswettbewerb am Ende des Tages. das ist das, was bewertet wird. Man kann es einen Schönheitswettbewerb nennen und das heißt, am Ende ist ja bei dem Sport egal, ob jemand jetzt 100 Kilo beugt oder 300 Kilo beugt, wenn er am Ende besser aussieht und in der Klasse mehr performt, dann gewinnt er. Beim Gewichtheben ist es ja ein ganz klar numerischer Sport und da ist es ja noch, also da ist es viel einfacher zu rechtfertigen, dass man nachhilft, wenn dann irgendwie ein Gewinn natürlich irgendwie Propagandazwecke hat für das Land. Muss man da natürlich nochmal sehen, die olympischen Spiele sind ja irgendwie doch hochpolitisch und dann für den Sportler an sich, ich meine, in Deutschland kriegst du von Olympia sieg 25.000, 25.000. Ja, herzlichen Glückwunsch. In Russland hast du ausgesorgt und dann verstehe ich auch, dass die dann sagen, ich meine, wenn du aus Russland kommst und Russland geht es den Menschen, ich meine, in Russland haben 10% der Menschen kein fließendes Wasser, also denen geht es nicht so gut. Wenn dann jemand sagt, du hast den perfekten Körper, um für uns Diskuswerfen oder Hammerwerfen zu machen, du kommst ins System und das ist schon eine größere Perspektive als jetzt hier jemand, jemand, der hier in Deutschland nachhilft im Bodybuilding, ist ja Luxus. Also das ist ja ein Luxushobby, das am Ende noch relativ viel Geld kostet. Also Testosterone habe ich jetzt so ein bisschen das Verständnis, ist ja relativ human in den Kosten. Da zahlst du, keine Ahnung, sagen wir mal zwischen 100 Euro im Monat bis, weiß ich nicht, 300, 400 Euro, wahrscheinlich ist es zwischen weniger. Das ist schon hochgekriegt. Und dann HGH, sehr teuer, teuerstes Supplement. Wenn du die Stifte kriegst, die sind ja ehrenlos teuer. Ja, dann bist du teilweise mit 6 und überleg mal, es gibt Leute, die nehmen 20 Einheiten am Tag und wenn die 6 Euro die Einheit bezahlen, ja. Genau. Kann man ja schnell hochrechnen. 120 Euro pro Tag ist insanity. Das ist halt ein VIP-Hobby, am Ende noch so. Aber es ist ja nun mal, also ganz viele der Social Media Schönheitsideale, die die prägen, die die Riesenreichweiten haben, die irgendwie bestaunt werden oder wo Leute dann sagen, das ist so ein Traum oder das sind Vorbilder. Ich finde, man sollte schon wissen, was die Basis dieser Vorbildschaft ist. Dass es halt darauf basiert, dass du in irgendeiner Form permanent mit was nachhilfst, was kurzfristige, mittelfristige und in vielen Fällen wahrscheinlich auch langfristige Folgen hat. Ja, also fast eher in den meisten Fällen langfristige Folgen. Die kurzen, mittelfristigen Folgen, die sind halt leider oftmals die zu vernachlässigen, denn deswegen ist auch die Hemmschwelle halt so oft so gering. Wie gesagt, kein Schwanz interessiert sich dafür, was in 30 Jahren passiert, wenn er jetzt anfängt zu stoffen. Das ist bei Drogen anders. Bei Drogen hast du, machst du dir eher Sorgen, dass du zu viel nimmst und dann abends umkippst. Aber, ja. Habe ich beides noch nicht. Ich habe nie Drogen genommen. Schlau. Ich wollte, also ich habe tatsächlich für mich selbst die Perspektive, ich habe, glaube ich, ein extrem hohes Suchtpotenzial. Ich habe das früh festgestellt mit so, ich habe ja Handball gespielt und ich war sehr viel verletzt, sehr viel. und ich habe dann immer auf dem Computer gespielt und safe, also immer abhängig und immer den ganzen Tag gezockt und ich war immer so im Trittbrett fahre, entweder Training oder dann halt zocken und jetzt ist es halt so Arbeiten oder selbst trainieren und dann immer voll auf 100%. Und wenn ich, ich weiß genau, dass ich so ein hohes Suchtpotenzial habe, dass egal womit ich anfange, auch so Glücksspiel oder so Sportwetten, habe ich alles gelöscht, alles weggemacht, weil ich wusste, okay, einmal angefangen mit Tipico oder so und dann gleich den ganzen Tag irgendwie auf der indischen Cricket-Spiele gewettet oder so. Also, da habe ich relativ früh über mich verstanden, dass das Dinge sind, die man nicht machen sollte. Ansonsten, man findet dich ja, nun, Instagram ist klar, YouTube ist die größte Präsenz, würde ich sagen. Wenn man sich für das Thema Bodybuilding generell interessiert, jetzt habe ich in letzter Zeit gesehen, okay, viel Posing-Videos, viel Vorbereitung deiner Athleten, Training deiner Athleten, also alles, was Bodybuilding am Ende umfasst, Muskelaufbautraining, Bühnenbodybuilding letztendlich, dann gibt es den Podcast, der heißt? The Most Hated Podcast. Nice. Ja, eben weil wir damit gerade am Anfang halt echt vielen Leuten auf den Sack gegangen sind, weil wir immer genau die Sachen angesprochen haben, wo keiner drüber reden möchte. Ja, so ist das entstanden. Genau, und ansonsten, Invictus Gym in Hamburg habt ihr gerade gestaltet? Oktober gerade ein Gym eröffnet, in Hamburg, also wahrscheinlich mit Abstand eines der geilsten Bodybuilding-Studios in ganz Deutschland. Wie ist es dazu gekommen? Also wie war da der Prozess? Es ist über die Corona-Situation entstanden, wie bei vielen auch, dann alle Gyms waren zu, Homegym angefangen einzurichten, dann irgendwie angefangen, Homegym ein bisschen größer zu machen, dann hast du auf einmal so ein Faible für exotische Geräte entwickelt, dann ist da irgendwie so ein bisschen so Sammelleidenschaft mit zugekommen und dann hattest du nach zwei Jahren auf einmal wirklich erstmal ganz schön Vermögen dastehen und ganz schön ein stabiles Gym und dann habe ich quasi mit meinem Gerätehändler zusammen, der die ganze Corona-Zeit über nur damit beschäftigt war, irgendwo die Geräte aufzutreiben, die ich gerne hätte, haben wir uns einen Nachmittag hingesetzt und so, wollen wir das nicht mal vernünftig machen? Die hatten mich auch so, die hatten quasi so einen Showroom für sich selber eingerichtet und dann dachte ich, ey, ihr habt geile Geräte, ich habe inzwischen ja auch eigentlich schon ein ganz schönes Arsenal stehen, komm, wir suchen jetzt mal eine vernünftige Immobilie, ich bringe die Social-Media-Reichweite mit und wenn mir quasi das Gym auch öffentlich gehört, dann kennt auch jeder sofort das Gym und so ist das entstanden. Wir hatten über tausend Leute bei der Eröffnung da. Das habe ich bekommen. Also das war crazy. War krass, ja, so ist es bei mir auch mit Corona, irgendwo, ich musste da umziehen aus meiner Wohnung und ich hatte im Keller ein fettes Homegym und dann habe ich einfach durch Glück dieses Ding hier bekommen, habe mein Homegym hier reingestellt und dann ist das quasi weiter gewachsen. Also purer Überlebenskampf würde ich niemandem so empfehlen, so zu machen, wie ich es gemacht habe. Aber so ist es halt, wenn du Anfang 20 bist und einfach sagst, gut, dann machst du das jetzt. Ja. Mutig sein. Mit welchem Gerät der Stelle? Das ist das Geile bei uns am Gym. Wir haben halt einfach kein, wir haben keine Verträge mit irgendwelchen Gerät der Stelle. Wir haben teilweise Geräte, die 20 Jahre alt sind, aber jedes Gerät, was bei uns ist, ist komplett refurbished. Das ist so mein... Neu, Pulverbeschicht. Wir haben zum Beispiel, wir haben von Dorian Yates die originale Nautilus Pullover-Maschine aus dem Tempel-Gym bei uns stehen. Wir haben extrem viel Cybex und Pre-Core bei uns stehen natürlich. Wir sind auch so ein paar Hammer-Strength-Sachen Standard mit drin, aber vor allen Dingen Cybex, Pre-Core. Unser ganzer Powerlifting-Bereich ist Eleiko. Wir haben kalibrierte Scheiben, wir haben Monolift bei uns mit stehen. Wir haben Competition Benches, Deadlift-Plattformen, die großen Eleiko-Racks bei uns stehen. Schönen Gruß an Eleiko für die neuen Scheiben. Ist der größte Rotz, den ich jemals gesehen habe. Kauft für, was weiß ich, wie viel, 1000 Euro Scheiben und nach zwei Tagen ist die gesamte Beschichtung von den Scheiben. Habst du das schon mal gesehen? Die neuen Powerlifting-Scheiben, die so ganz süß aussehen mit den Rillen und so. Ey, das macht mich wahnsinnig. Das tut mir richtig in der Seele weh. Die waren alle nach einem Tag zerwichst. Musst du Ralf mal anrufen? Ich hab die Hände nochmal hier, können wir im Podcast anrufen. Vielleicht sollte ich das mal machen, aber das fand ich eine absolute Frechheit. Ich sag's mal so, bei kalibrierten Powerlifting-Scheiben hab ich jetzt auch nicht ganz verstanden, warum man ein neues Design machen muss bei etwas, was einfach nur plus minus 0,5% ein Gewicht wiegen muss und die gleiche Größe braucht. Da ist manchmal so meine Frage so, lass die doch von allen gleich aussehen. Die Leute kaufen die sowieso, da muss es... Habt ihr die nicht mal getestet, weil die müsst ihr nur einmal 2,20er aufeinander stecken, dann habt ihr ja schon gesehen, dass diese Beschichtung das nicht hält. Man steckt übrigens beim Powerlifting nicht 2,20er aufeinander. Nee, man steckt nur mal so kurz. Ja, ich weiß. Ist kein Problem. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will ja hier noch ein paar Powerlifter kriegen, weißt du so. Ja, ja, maximal eine 20er und eine 10er. Ich weiß. Ich muss die Probe abstehen. Ich hab nur 25er. Ich hab ein richtiges Traum. Aber das Lustige ist bei uns im Gym, wir haben fast nur Powerlifter, die trainieren und unsere 25er-Scheiben, die sehen alle noch gut aus und die 20er sind völlig zerwichst. Die sind also alle schwach? Ja, aber die hauen noch 20er aneinander. Also da kommen wahrscheinlich noch so die Bodybuilding-Uhrinstinkte durch. Als Bodybuilder drückst du halt vier Plates. Ja, klar. Dann müsstest du mit der Etikette durchgehen und immer so... Ja, aber so drei Plates mit 25er sieht halt scheiße aus. Als Powerlifter sieht es cool aus, wenn es trotzdem voll ist. Ups, sorry. Ja, also es muss dann voll, voll, voll. Da kommt dann so ein Jona bei uns vorbei. Kennst du den? Ja, ja. Jona Wienig? Den habe ich übrigens entdeckt. Den kennt man nur durch mich. Der Typ, Alter, der ist für mich ein Phänomen. Ja. Der Typ... Der war bei Bigsohn auch. Wo der... Wo der... Die Kraft... Kennst du die Story? Der sieht aus wie Obelix. Der hat sich... Wir haben ein Format gemacht, Netti or not. Ja, und dann hat er sich bei uns beworben und wir haben so seine Form bewertet und dann kam nachher raus, dass der Netti ist und ich so, alter, wie zur Hölle. Dann habe ich den eingeladen, dann ist der nächste Tag bei mir angetanzt und ich bin mit dem quasi ungefragt ins Labor gefahren und habe ihn einmal komplettes Blutbild machen lassen, weil ich ihm das nicht geglaubt habe. Aber der war so cool, der hat sich den nächsten Tag ins Auto gesetzt zu uns und kam auch raus, also... Der kommt aus München? Nee, der kommt aus... Duisburg. Ach, der ist da aus Pott? Ich glaube, aus Duisburg. Ja. Okay. Und da war der, der war ja schon geisteskrank stark, bevor der Powerlifting gemacht hat. Ja, ja, der... Der ist am ersten Tag, wo er ins Studio gegangen ist, konnte er 100 Kilo Bank drücken. Am ersten Trainingstag konnte er 100 Kilo Bank drücken. Hat der große Hände? Äh, ja. Okay. Der sieht auch, seine ganze Familie, ich weiß nicht, das sind so Isländer oder so, also, seine Schwester sieht auch aus, als ob sie 100 Kilo Bank drücken kann auf Raps, ohne Training. Naja, witzig. Auf jeden Fall ist er, haben wir den mit zu Bigzone geholt und ich habe auch seinen YouTube-Kanal gemacht am Anfang. Und dann hat ihm der, wo ist er bei der IPF oder, nee, BVDK, wie heißt der Verband? Ja, BVDK, Bundesverband Deutscher Kraft-Dreikämpfer. Und, ähm, die haben ihm gesagt, dass sie ihn aus dem Verband werfen, wenn er bei Bigzone bleibt, weil Bigzone sich offen zu lobenden Sportlern bekennt. Das fand ich richtig heulich, muss ich ehrlich sagen. Und da haben sie ihm richtig die Episode auf die Brust gesessen. Was geht die denn das an, was andere Sportler bei Bigzone öffentlich kommunizieren? Ja, Hauptsache, er wird nicht positiv getestet und er ist netti. Also, er ist doch auf der, der ist doch, der ist doch in der Weltmeisterschaft, der ist doch auf der Liste, also der wird getestet. Ja, und der ist auch netti, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das ist halt, das ist einfach so ein Talent. Ja, der ist halt ein richtiges Talent. Also, der Körper ist dafür gemacht, schwere Sachen hochzuheben. Ja, der hat sich mit 18, haben die sich auf lustig im Fittix mit ihrer Truppe, hat er sich Kniebandagen um die Arme gewickelt und hat 230 auf Raps gedrückt. Einfach so richtig dumme Scheiße. Aber der ist halt einfach, der hat auch 200 gedrückt mit der grausamsten Technik. Weil der ist halt einfach stark. Der kann das einfach. Ja, da müssen wir mal einen Podcast machen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall jemand, der, da fahre ich ja vorbei nächste Woche. Ich darf ja schon wieder einen Umzug machen. Ach man. Genau, das heißt Invictus Gym, Hamburg ist die Adresse. Jetzt muss ich wirklich nach Hamburg. Ja, komm vorbei. Ich bin ja nächste Woche da, ich ziehe ja um. Ja, komm her. Bisher hast du dich eingeladen bei uns. Freue ich mich sehr. Und ansonsten, ja, mich hat es mega gefreut. Es war ein geiler Einstieg jetzt in diese ganze Bodybuilding-Thematik, weil natürlich viele hierher kommen werden. Die werden offensichtlich, das ist ja immer ein großer Bestandteil einfach von der sportlichen Entwicklung. Egal, wie die Hintergründe sind, wie die Leidenschaften sind, sobald es auch natürlich im nicht, also auch der nicht-professionelle Bodybuilding-Bereich, also der Amateur-Bereich ist ja enhanced. Das ist ja so etwas, worüber man einfach mal reden muss. Und was auch, ich finde, ist einfach eine Frage von Diversität in diesem Podcast, dass es diese Sportart gibt. Das ist der Grund, warum die allermeisten ins Fitnessstudio gehen, besser aussehen, Muskeln aufbauen, motiviert von Leuten, die geil aussehen und die viel Muskeln haben, vielleicht auch von Leuten, die wenig Muskeln haben, aber das ist so das größte Tabuthema, mit dem man, glaube ich, also Aufklärung ist da halt besser als das immer so zu tun, so ja, hm, hm, gibt's nicht, hm, sondern gibt's schon, ne? Ja, definitiv. Nicht nur in Maßen. Es gibt's nicht sogar eine Studie, dass in Deutschland gefühlt jeder zweite Fitnessstudio-Besitzer schon mal in Kontakt mit quasi Substanzen gekommen ist, die auf der Doping-Liste stehen? Ja, wir haben halt auch die weltbeste Pharma-Industrie. Ja. Also wir sind ja lieber was aus Deutschland nehmen, als was aus Mexiko. Ja. Also wenn ein deutsches Wachs kriegst, super. Da kostet von Bayer aber... Ganz, wenn, jetzt kommen wir zu den Kostenfaktoren. Wir reden davon, oh, wenn du für einen Stift HGH 6 Euro die Einheit bezahlst, dann reden wir schon davon, dass der Stift aus der Türkei kommt und wie in daher, wenn du denselben Stift in der deutschen Apotheke brauchst, kostet die Einheit 18 Euro. Und wenn du davon 20 am Tag nimmst, herzlichen Glückwunsch. Der Stift kostet 3.500 Euro, glaube ich. Ja, kannst du ausreden. 36, nee, ich glaube 36 Einheiten A, 18 Euro. Also nicht 3.000, aber trotzdem. Das ist dann auch schon Leasing für das ein oder andere Rennsport angelehnte Straßenfahrzeug. Definitiv, ja. Dass die meistens auch noch fahren. Das ist ja auch ein Thema für den ganzen Podcast, wie verdienen Bodybuilder eigentlich so viel Geld im Amateurbereich, wenn die keinen Schwanz kennt, um so viel zu nehmen. Kriminalität im Bodybuilding ist definitiv auch ein Faktor. Aber das würde ich jetzt nicht dem Sport andichten, sondern... Nee, das ist dem... Ich meine, erstens, was zieht das für Leute an? Welches Klientel will überhaupt so aussehen? Erstens, kannst nicht alle über einen Kamm scheren, aber logischerweise. Und dann geht das irgendwie so Hand in Hand. Auf der einen Seite brauchst du viel Geld, um so auszusehen. Auf der anderen Seite wollen die Jungs auch genau so aussehen. Ja. Erst nochmal, muss ich den Fabian mal fragen. Ja. Naja, wir müssen ja nicht... Wenn er mit seiner Harley vorbeifährt hier. Ja, der kommt nächste Woche. Aber der ist, die ist ja noch nicht, die ist ja noch im Winterurlaub. Ja. Da kommt er in seinem... Was hat er jetzt? Den... In Thailand. Oder Enyaq. Ja. Hat er jetzt bekommen. Ja. Aber er hat sich ja eine Polizistin geangelt, um unter dem Radar zu bleiben. Insofern ist es okay. Hat er gut gemacht. Er ist sehr zufrieden, damit habe ich gehört. Alright, dann danke ich dir, dass du da warst. Hat mich gefreut. Freut Max. Macht ihr wahrscheinlich sowieso schon. Checkt mal den Podcast aus und sagt mir, wie die Audioqualität ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei eurem nächsten Training. Ich hoffe, wir hören uns hier wieder zu einer weiteren Episode auf diesem Podcast. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.